Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Und heute sind wir wieder natürlich nicht alleine hier, sondern an meiner Seite neben mir unser Digital-Chef-Direktor Gerd Stegmann. Deswegen moin Gerd, schön, dass du da bist. Ja, hallo Luca. Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was beim Elektroauto ja irgendwie das Herzstück ist, die Batterie. Bis zu 40 Prozent der Wertschöpfung stecken nämlich im Akku und damit natürlich auch das Wesentliche, warum die Autobauer überhaupt Autos verkaufen wollen, weil sie Geld wollen. Die meisten Autobauer haben aber aktuell noch ziemlich viel Abhängigkeiten von Zulieferern aus China. Und das macht es nicht immer einfach, weil das ist nicht nur wirtschaftlich riskant, vor allem ist es auch, das wissen wir vor allem aktuell, geopolitisch ziemlich brisant. Und deswegen setzen Autobauer wie Tesla beispielsweise ja auch schon länger auf eigene Zell- und Batteriefertigung. Und genau das will VW heute auch machen. Und wer will das machen? Unser heutiger Gast. Sebastian Wolf ist nämlich der COO bei PowerCo, der Tochterfirma von VW, die sich um das Thema Batteriezellfertigung und Batteriefertigung kümmern will. Und mit ihm wollen wir genau darüber sprechen heute. Was muss man da tun als VW? Kann man das überhaupt als VW tun? Und lohnt sich das, Batteriezellen selber an den Start zu bringen? Deswegen, hallo Sebastian, schön, dass du da bist und dir die Zeit heute nimmst. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sebastian, es ist alte Tradition, dass sich unsere Gäste hier kurz selber vorstellen, wer sie sind, was sie bisher gemacht haben und auch, was wir uns von dir im Kopf behalten dürfen. Ja, genau. Sebastian Wolf ist mein Name. Ich bin Produktionsvorstand der PowerCo, auf Neudeutsch COO. Bin im Prinzip mein ganzes Leben schon lang schon Autofan, Autofreak. Bin seit 2008 in der Automobilindustrie unterwegs. Angefangen vom Verbrenner bei unterschiedlichen Stationen bei der Firma Bosch. Dann war ich zwischenzeitlich Europavorstand von Pharrasis, einem Zellersteller. Habe damals die Batterien auch für einen Automobilhersteller in Stuttgart gefertigt. Und bin seit 2021 bei der Volkswagen AG unterwegs. Ich habe gesehen, bei der Recherche, du hast dein Abi in Istanbul gemacht, richtig? Genau, richtig. Ich habe mein Abitur in Istanbul gemacht. Ich komme auch aus einer Automobilfamilie. Auch mein Vater ist seit 34 Jahren in der Automobilindustrie. Und was macht man da? Man reist relativ viel herum. Und als Expertkind hat man die Chance und auch die Möglichkeit, ein Auslandabitur zu machen in Istanbul. Ich habe dann in Deutschland Maschinenbau studiert. War dann aber auch zwischenzeitlich in England und auch in China, um so ein bisschen zu verstehen, was andere Märkte so machen. Du sagst, du warst in China. Ich habe gelesen, du hast in Peking studiert auch. War das für dich schon damals klar, welche Rolle China spielt, als du das Studium angetreten hast? Ja, offengesprochen war das auch ein Grund für mich, da hinzugehen. Denn interessanterweise, das Thema Elektromobilität ist in China ja schon seit Anfang der 2000er Jahre auf der Agenda gewesen. Die haben ja mehr ihren 10, 20-Jahres-Plan. Und ich habe damals schon gesagt, ich will verstehen, was der Markt der Zukunft macht, wie er sich entwickelt. Und genau das war damals auch meine Motivation, da in China noch ein Studium dran zu hängen, um einfach den Markt kennenzulernen. Hast du auch einen persönlichen Bezug entwickelt zum Land? Oder war das wirklich super professionell? Ich gehe da hin, weil da passiert es gerade. Aber gut, zunächst mal war das natürlich ein Thema, warum bin ich da hin zum Studium, um kennenzulernen, wie das Land funktioniert. Wichtig, und das habe ich in den Jahren auch in Istanbul kennengelernt, ist die Kultur zu verstehen. Wie arbeiten unterschiedliche Kulturen? Da gibt es einen großen Unterschied. Und natürlich am Ende, meine Frau ist aus China, das habe ich dann sozusagen als Andenken mitgebracht. Und insofern habe ich jetzt auch einen persönlichen Bezug auch nach China. Und wie ist es mit der Sprache? Ja, verstehen tue ich so 70 Prozent mittlerweile. Meine Kinder sprechen bilingual, wachsen die auf. Das heißt, meine Frau spricht mit denen Chinesisch, ich Deutsch. Insofern bin ich auch gezwungen, mehr Chinesisch zu lernen. Ja, also es ist interessant mit der chinesischen Sprache, wenn man in China ist, kommt man relativ schnell wieder rein. Wenn man zurück ist, kommt man aber auch umso schneller wieder raus. Insofern ist das ein wichtiges Werkzeug, weil in China teilweise auch, und das habe ich auch gemerkt, viele von diesen Entwicklungen und von diesen Zehnjahresplänen bekommt man eigentlich in der westlichen Presse gar nicht mit, sondern man muss tatsächlich chinesisch verstehen, um auch zu sehen, wo entwickelt sich der Markt hin. Und insofern ist das auch für mich ein wichtiges Werkzeug geworden, um zu verstehen und auch zu antizipieren, wo sich der Markt hin entwickelt. Du bist jetzt schon relativ lang in der Batteriewelt unterwegs. Ich hatte gelesen, du warst ja bei Bosch, da habt ihr dann mit, oh Gott, mit wem warst du? Bosch, Joasa war das, genau. Ja, genau. Seit ungefähr zehn Jahren bin ich jetzt in der Batterie unterwegs. Damals in einem Joint Venture, wenn er sich liebt, Lied zum Energy and Power, war mit Geosasa und Mitsubishi Corporation. Wir hatten da Standorte einmal in Stuttgart, in Bamberg, aber auch in Kyoto und in Erito. Das heißt, ich bin praktisch eineinhalb Jahre sehr, sehr oft in Japan gewesen. Wir haben da die Batterien unter anderem für den Mitsubishi Outliner mit betreut, also den ersten PF, der in großer Stückzahl gefertigt wurde und auch entsprechend andere Modelle dann mit Batterien versorgt. Bei Farrasis oder Farrasis, wie hast du es vorhin genannt? Auf Englisch Farrasis, weil tatsächlich kommt der Name von Faraday Systems, das war damals der Gründungsname und so kam man zu Farrasis. Auf Deutsch sagt man, glaube ich, eher Farrasis. Okay, da hast du dann, wenn ich es richtig weiß, unter anderem für den Daimler an den Akkus gearbeitet. Wieso kam es überhaupt, als Maschinenbauer ist man jetzt nicht im ersten Moment an der Batterie dran? Wie kam es du zur Batterie? Was fasziniert sich an der Welt der Batterien? Ja, es ist eine spannende Geschichte. Ich bin Maschinenbauer, aber Fokus Produktionstechnik, Fertigungstechnik und Produktionstechnik. Und 2015 gab es ein Event, damals noch mit dem Vorstand von Bosch, wo ich den Geschäftsführer von Bosch Battery Systems getroffen habe. Und der hat gesagt, er braucht Leute, die was von Fertigung zu verstehen. Und ja, so bin ich zur Batterie gekommen. Habe da im Prinzip einmal das Thema Fertigung konzipiert, damals auch die geplante Gigafactory von Bosch mit 20 Gigawattstunden mit ausgelegt und auch den Musterbau mit hochgefahren. Insofern bin ich da relativ früh reingekommen. Zu der Zeit hat jeder noch gesagt, der Diesel lebt ewig. Insofern waren das die Anfänge der Batterie. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ein Vorteil, wenn man relativ viel Erfahrung mitbringt, dass man da auch das Team mit steuern kann. Du sagst schon, die Produktion ist dein Ding. Kannst du uns vielleicht mal, weil das ist für viele, glaube ich, nicht so ganz klar, worauf kommt es denn an bei der Produktion von den Batteriezellen? Oder vielleicht auch noch einfacher, was ist zu tun? Wie wird das produziert? Da wird ja nicht nur Rohmaterial angekippt und dann wird das in den Topf und rumgerührt, warm gemacht und raus damit. Was passiert da? Ja, ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, eine heutige Batterien, wie wir es auch im MEB haben, bestehen im Prinzip aus Batteriesystemen, Battery Packs. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Batterien erst mal aus drei Komponenten zu bestehen. Einmal das System. Das System besteht aus mehreren Modulen heutzutage noch. Das wird man in Zukunft auslassen. Und ein Modul besteht aus mehreren Batteriezellen. Worauf wir uns heute fokussieren, ist die Batteriezelle. Und das ist auch der Fokus, so ein Power-Co, kommen wir später noch drauf. Batteriezellproduktion untertitelt im Prinzip in drei Bereiche. Das eine ist die sogenannte Elektrodenfertigung. Da wird im Prinzip das Pulver zusammen mit Lösungsmitteln angemischt, auf Aluminium- bzw. Kupferfolien gebracht und dann zu Coils komprimiert und auch aufgerollt. Dann werden diese Coils in der sogenannten Zellmontage, Zellassembly nennen wir das, einmal auseinandergeschnitten, aufeinandergestapelt und zu Zellen montiert. Je nachdem, ob man zylindrische, prismatische oder auch Pouchzellen hat. Und diese Zellen werden dann entsprechend in sogenannten Zellfinishing befüllt, mit Elektrodyt befüllt. Das erste Mal mit Strom geladen, auch entsprechend wieder entladen und im End-of-Line-Test sozusagen inspiziert, ob die Qualitätsparameter auch erreicht werden. Das sind ja schon relativ viele Dinge. Man muss das Elektronenmaterial herstellen. Man muss diese Folien haben, dieses Auftragen. Was ist da die Schwierigkeit? Ich kenne das aus Bildern, aus Videos. Ich habe das schon hundertmal angeguckt. Ich glaube, wahrscheinlich viele unserer Zuschauer und Zuhörer auch, weil es vielleicht auch interessant ist. Da geht so eine Masse auf diese Folie drauf. Die muss exakt gleich dick sein. Wieso ist das aber? Es wirkt für mich trotzdem nicht viel anders, als bei Barilla Nudeln machen. So im ersten Moment. Aber ich glaube, es ist um ein vielfaches Komplex. Barilla wird was anderes sagen. Aber wo liegt die Schwierigkeit? Was ist das Geheimnis? Ja, das Geheimnis im Prinzip zu verstehen, wie man einmal diese Paste, wir nennen die Slurry, diese Slurry herzustellen. Und zwar so herzustellen, dass sie die richtige Zusammensetzung hat. Dass sie die richtige, wir nennen das Solid-Content hat. Also wie viele Festkörner da noch entsprechend drin sind in der Slurry. Diese Slurry dann kontinuierlich durch die Leitungen zu pumpen, sodass man am Ende mit wenigen Mühtoleranz die Dicke auf der Elektrode erreicht. Also im Prinzip, man muss sich vorstellen, diese Folie läuft mit 60 bis 70 Metern pro Minute. Jeder Coil hat ungefähr 2500 Metern, der einmal durchläuft. Und bei dieser Geschwindigkeit muss man die Toleranz von wenig Mühe in Beschichtungsdicke erreichen. Und das entsprechend durch eine Länge von zweieinhalb Kilometern. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn man mal zu Hause Kuchen gebacken hat, wie schwer das ist da allein in diesem kleinen 100-Gramm-Container da entsprechend die Homogenität einzustellen. Wir sprechen bei uns eher über 1000 bis 1500 Liter, was so ein Mixing-Batch, so nennen wir das, für eine Slurry enthält. Also ist das ein deutlicher Anspruch an das Qualitätsmanagement. Das ist auch vielfach erarbeitet durch DOEs, also praktisch durch Versuche, durch Design of Experiments, wo man sagt, okay, was sind denn die Prozessparameter, was sind die richtigen Mischzeiten, die man benötigt, um die Slurry entsprechend qualitativ herzustellen. Also das ist im Prinzip auf der Elektronenseite die größte Herausforderung, das Thema Mischen und Beschichten. Und wenn man so schaut, wer sind unsere Mitbewerber in Europa, das waren dann meistens auch die Hauptprobleme, mit denen unsere Mitbewerber im Hochlauf gekämpft haben. Es ist ja auch besonders entscheidend, dass diese Toleranzen gut eingehalten werden, weil am Ende diese Folie in einer Zelle vielfach vorkommt und natürlich in der Batterie erst recht sehr oft. Das heißt, wenn da Fehler drin sind, ist unter Umständen eine ganze Charge von der Batterieproduktion wertlos. Genau, also im Prinzip da. Die Dicke beeinflusst mehrere Faktoren. Der erste Faktor ist natürlich die Beladung. Also die Dicke der Elektrodenbeschichtung, die stellt die Beladung der Elektrode ein. Die Beladung definiert am Ende die Kapazität der Batterie. Das bedeutet, wenn die Schicht zu dünn ist, hat man zu wenig Kapazität an der Batterie, also zu wenig Speicherfähigkeit. Und wenn die zu dick ist, dann könnte es sein, dass die aufeinandergestapelten Elektroden zwischen 50 und 80, ist da typischerweise üblich, dass sie gar nicht mehr in die Batterie, in den Scan reinpassen, also ins Gehäuse. Sodass man da auch wieder Probleme bekommt. Also man muss wirklich in einem sehr, sehr engen Rahmen die Beschichtungsdicke einstellen. Verstehe. Jetzt sagen Sie, Sie produzieren, das geht um die Zellfertigung. Jetzt würde ich sagen, VW oder die ganzen Autobauer in Europa, weltweit, wenn die was können, dann ist es zugekaufte Teile fertig. Und montieren und montieren und das sauber, ordentlich, spaltmaßkonform, mühgenau lösen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, will PowerCore ja eigentlich mehr machen. Also nicht nur zugekauftes Zeug ineinander leeren, verrühren, perfekt auftragen und rausschicken. Was will PowerCore eigentlich noch weitermachen? Ja, die Grundeigenschaft, oder was ist überhaupt die Motivation der PowerCore? Ich glaube, das ist ja die zentrale Frage. Die Motivation ist erst mal, eine Zelle zu entwickeln, die Standardisierung ermöglicht. Wenn man sich heutzutage mal das Portfolio von Batteriezellen herstellt, und ich kenne es aus meiner eigenen Vergangenheit, anschaut, hat man eine Riesenvarianz. Selbst mit anderen OEMs oder selbst mit VW, wie es bisher gelaufen ist, wir haben relativ viele Arten von Zellen, also Varianten von Zellen, Größe, Breite, Format, Chemien. Und wir haben gesagt, was benötigen wir, um zukünftig in den Autos flexibler und skalierbarer zu sein? Und deswegen wurde das Konzept der Einheitszelle entwickelt. Was ist die Einheitszelle? Die Einheitszelle ist eine prismatische Zelle mit bidirektional ausgerichteten Tabs. Das bedeutet, die Tabs nicht oben, sondern eben rechts und links. mit einem standardisierten Format. Und das bedeutet erstmal, dass man die Zellen in so einem System erstmal in Cell-to-Pack, sprich ohne Modul, integrieren kann. Und B, dass man durch die einheitliche Größe auch die Skalierung im System besser hinbekommt. Und auf der anderen Seite natürlich die Skalierung der Produktionsvolumina auch deutlich vereinfacht, weil wir weniger rüsten müssen, weil wir mehr standardisierte Teile haben. Und somit ist hinbekommen, da entsprechend auch Fabriken einfach so auszulegen, dass wir auf Stückzahlproduktion und somit auch die Produktionskosten maximal gesenkt werden können zu dem Punkt, was man entsprechend dann wirtschaftlich hinbekommt. VW baut quasi das, was nach Henry Ford. Du darfst alles haben, was du willst, solange es schwarz ist. Und du darfst alles haben, solange es das Format hat. Genau, also was wir in der Einheitszelle jetzt natürlich abbilden, ist, dass wir unterschiedliche Chemien bauen können. Das können wir schon. Also wir können im Prinzip sagen, wir wollen NMC, wir wollen LFP, wenn sich eine neue Chemie entwickelt, das können wir auch. Das haben wir in der Einheitszelle abgebildet. Die Einheitszelle wurde auch so konzipiert, dass man zukünftig auch neue Zellchemien retrofitten kann, dass man aber auch Trockenbeschichten einbinden kann, dass man auch All-Solid-State-Batterien, Volkswagen Design, Quantum-Scape investiert, dass man die auch in der Einheitszelle mit überführen kann. Also das Format ist relativ zukunftssicher aus unserer Sicht und der richtige Weg, um das zu skalieren. Und warum machen wir das jetzt als PowerCore? PowerCore machen wir das, wo wir nicht nur die Fertigung verbessern wollen und skalieren wollen, sondern eben auch, um auf der einen Seite die Zellen mitzuentwickeln, auf der anderen Seite aber auch, und das ist einer der großen Bestandteile der PowerCore, um über vertikale Integration einmal die Abhängigkeit von der globalen Lieferkette so weit wie möglich zu minimieren oder zu kontrollieren, ist glaube ich eher die Aussage, und dann natürlich über vertikale Integration auch die Kosten unter Kontrolle zu bekommen. Wenn man sich in den letzten Jahren mal den Leads-Zum- beziehungsweise Nickelpreis anschaut, hat er schon eine relativ große Achterbahnfahrt hinter sich, und allein das durch eine vertikale Integration über die PowerCore darzustellen, ist für Volkswagen als Konzern ein Riesenhebel, um auch langfristig in der Elektromobilität wettbewerbsfähige Autos anbieten zu können. Mir stellt sich immer bei Einheitszelle so ein bisschen die Frage, ich habe mitgekriegt, dass die Zellchemie immer das eine ist bei der Batterie, wo viel Leistungsfähigkeit und Kapazität, Energiedichte und so weiter herkommt. Gleichzeitig haben wir jetzt überall gesehen, dass man mit dem Packaging und wie gestaltet man das, auch viel ausrichten kann. Das heißt also BYD und die Blade-Batterie ist ja so ein Beispiel, wo eine eigentlich weniger energiedichte Zellchemie wie Lithium-Eisenphosphat auf ein ähnliches Niveau kommt wie NMC, weil die einfach die geschickt anordnen. Die Zellen von BYD sind ziemlich groß, ich habe die mal gesehen, also fast einen Meter lang, glaube ich, sehr dünn und sind so, eben so klingen. Und die Frage, die sich mir stellt, wenn man sich jetzt erstens festlegt auf ein einheitliches Gehäuse, also diese Einheitszelle, wie gut kann man dann noch reagieren auf die anderen Anforderungen, die verschiedene Chemien eben haben könnten, weil an manchen Stellen kann man ja auch bei einer neuen Chemie in der Geometrie noch so Potenziale ausschöpfen, also manche Chemie hat vielleicht nicht so eine hohe Temperaturentwicklung, dann kann man die Zellen eher größer machen, so wie es jetzt Tesla gemacht hat, zuletzt mit den runden Zellen. Manche funktionieren womöglich auch besser mit runden Zellen, aber ihr habt euch jetzt auf prismatische Zellen festgelegt. Also ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, quasi einerseits dieses Einheitsgehäuse auf die Vielzahl von verschiedenen Chemien zu übertragen und andererseits sich dann vorher mal auszurechnen, ja wie groß mache ich dann jetzt dieses Ding? Wie groß ist es denn überhaupt, dieses Einheitszellen-Ding am Ende? Ja, also die Zellen im Prinzip so ungefähr 260 Millimeter lang, ungefähr 100 Millimeter hoch und ja je nachdem ungefähr 30 bis 35 Millimeter in der Dicke, das ist ungefähr die Größenordnung, die man sich vorstellen muss. Ich glaube, vielleicht nochmal zu den Fragen, wie kommt überhaupt das Format zustande? Und man hat sich glaube ich schon nicht gesagt, das ist jetzt das Format, sondern die Größenordnung der Zelle, die ist abgeleitet worden von Systemanforderungen. Und man hat sich überlegt, welche Vorteile braucht man in Zukunft im System und welche Anforderungen? Das ist zum einen natürlich die Energiedichte, das ist genau das. BYD hat durch die Blade-Zelle und eine Cell-to-Pack-Integration relativ viel Energiedichte herausgeholt. Wir haben aber auch die Einheitszelle schon so konzipiert, dass sie Cell-to-Pack-fähig ist. Das bedeutet, mit der Einheitszelle wird es keine Module mehr geben. Wir werden mit der Einheitszelle im Prinzip genau das, was BYD und auch die anderen Mitbewerber im Markt machen, auch umsetzen, nämlich ein Cell-to-Pack-Konzept. Das kann die Einheitszelle. Rückgerechnet haben wir aber neue Anfragen aus dem chinesischen Markt. Nämlich Stop TP, wovon wir auch davon ausgehen, dass es nach Europa kommen wird. Das bedeutet, dass eine Batterie nicht schon nach fünf Minuten praktisch durchbrennen kann, sollte es zu einem Thermal Runaway in einer Zelle kommen, sondern gar nicht mehr. Und diese Anforderungen können wir mit der Einheitszelle und dem neuen Cell-to-Pack-Format entsprechend heute auch schon umsetzen. So, und das sind im Prinzip die Anforderungen, die man genommen hat auf Systemseite und gesagt hat, das ist jetzt das Einheitszelle-Format. Jetzt kommen natürlich unterschiedliche Anforderungen der Chemien. Besonders bei dem Thema Schnellladefähigkeit muss man sehr, sehr viel Wärmeenergie aus dem Pack rausbekommen. Auch wiederum ein Vorteil der Einheitszelle, sie hat eine größere Kühlfläche, das bedeutet, wir können oben und unten kühlen, Top- und Bottom-Side-Cooling, sodass wir relativ viel Wärme aus der Zelle in kurzer Zeit rausbekommen, was ein Vorteil ist, besonders gegenüber Pouchzellen beispielsweise. Und eben auch durch unsere bidirektionalen Tabs, dass wir eben oben und unten komplett flächig anlegen können mit den Kühlungen. Und jetzt natürlich die Frage nach den Chemien. Und jetzt kann man natürlich sagen, so eine LFP-Chemie braucht tendenziell mehr Platz, das können wir natürlich auch, also unsere Zelle ist relativ dick, würde ich sagen, auch gegenüber dem Markt, sodass wir da dann in der Lage sind, auch viele Lagen reinzubekommen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, wir haben jetzt Swelling-Anforderungen bei Hochenergiezellen, besonders mit Silizium-Anode. Da braucht man natürlich mehr Swelling-Raum, also praktisch die Zelle atmet ja über jeden Lebenszyklus. Das kann man dann entsprechend über sogenannte Swelling-Pads auch auf Systemseite und entsprechende Einstellungen der Zellvorspannungen im System dann auch umsetzen. Sodass wir da über die Symbiose mit dem System die Einheitszelle im Format so umsetzen können. Für uns als Gesamtkonzern ist es natürlich so, dass es immer für jede Anwendung im Konzern die beste Lösung gibt. Die ist aber für den Gesamtkonzern im Sinne von Skalierung, von Standardisierung, das, was Volkswagen ja auch in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht hat, diese Modularisierung, ist das nicht im Prinzip der Enabler. Der Enabler muss sein, dass wir auf eine standardisierte Zelle gehen, die für den Gesamtkonzern die beste Lösung ist, die natürlich chemieflexibel ist, sodass wir auf unterschiedliche Kunden- und Fahrzeuganforderungen eingehen können. Und deswegen ist aus unserer Sicht nur auch Konzernsicht die Einheitszelle das beste Format für die Zukunft. Aber ist dann die Einheitszelle eigentlich gar nicht so der Riesenschritt, wenn ich mir überlege, dass Tesla beispielsweise ganz lang auf die Rundzellen im 21er-Format, also in dem 21er-Durchmesser setzte, jetzt sind es glaube ich 46, die da sind oder kommen sollen, sich ausbreiten. Dann ist aber die Einheitszelle jetzt, dass VW die macht, das Besondere, dass jetzt eckig ist, die Einheitszelle und nicht mehr rund. Oder was ist die Magie? Die Magie ist im Prinzip, dass wir das abgeleitet haben aus einer Symbiose, aus allen Anforderungen, die der Gesamtkonzern so an Elektromodellen hat und gesagt haben, wir haben jetzt nur noch tatsächlich ein Zellformat. Weil wenn man sich das, wenn man sich jetzt den Mitbewerber aus Nordamerika einmal anschaut, der hat genau mit den Rundzellen im 21er-Format angefangen, weil die eben auf dem Markt relativ einfach zu finden waren. Die 46 ist jetzt einfach nur eine Skalierung. Aber wenn man sich das Gesamtprodukt oder Batterieportfolio einmal anschaut, ist die devagiert diese vermeintliche Standardisierung. Wenn man sich die LFP-Zellen anschaut, da sind jetzt auch teilweise wieder traumatische Zellen drin. Man hat ganz viele Variationen der zylindrischen Zelle. Also man ist da, glaube ich, auch von diesem Einheitszellformat weggegangen. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir hinwollen von ganz, ganz vielen Varianten. zu einer Reduzierung der Varianten, nämlich 80 Prozent der zukünftigen Modelle sollen auf die Einheitsteile setzen. Das heißt, Sie wissen es besser, also ganz VW, weiß es besser als Tesla, den wir alle immer als den Vorreiter und den Versteher der E-Mobilität sehen. Ich glaube nicht, dass wir es notwendigerweise besser wissen. Ich glaube, es ist nur, wir sind konsequenter. Ich glaube, was Das hört man selten wie bei einer Tesla. was unser Mitbewerber aus Nordamerika macht. Ich glaube, er hat sich, er hat so ein Stück weit den Fokus, den er am Anfang hatte, hat er aufgegeben im Zuge von einer Optimierung hin zu bestimmten Preispunkten von einigen Modellen. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn man sich die Batteriestrategie anschaut, die ist deutlich divergiert. Und wir haben das Ziel wirklich zu sagen, wir haben ja viel, viel mehr Modelle. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir standardisieren und dass wir unsere Skaleneffekte eben entsprechend auch über die gesamte Modellpalette holen. Und insofern ist für uns das Thema Modularisierung und auch Einsatz der Einheitszelle zur Standardisierung der, zumindest mal Batteriegrundkomponenten, extrem wichtig. Ja, ich glaube, der Vergleich mit dem modularen Querbaukasten im Coupé lag mir irgendwie auch schon. Ist natürlich super naheliegend. Am Ende hat VW, glaube ich, zuletzt bei den Verbrennern über 80 Prozent seiner Gesamtstückzahl im Konzern mit MQB-Technik bestritten. Die eigentliche, sag ich mal, der Kern der Technik vom MQB war jetzt auch nicht das Ei des Kolumbus. Es war halt Frontantrieb und die Kunst war letztlich eigentlich der Abstand zwischen Spritzwand und Vorderradmitte. Das war quasi so zentrale Eigenschaft des MQB, ohne dass die technisch irgendwelche Vorteile gebracht hat. Der einzige Vorteil war ja letztlich Skalierung. Und jetzt hat natürlich VW, wie du schon gesagt hast, ein riesen Portfolio an verschiedensten Modellen. Wenn man jetzt das schafft, diese annähernd 10 Millionen Fahrzeuge, 80 Prozent quasi mit dieser einen Technik zu machen, dann ist das halt ein Mordshebel. Für welche Fahrzeuge wird denn die Einheitszelle kommen und an welchen Rändern muss das was anderes sein? Also vor allem für die Volumensegmente ist es klar, ähnlich wie beim MQB werden wir das sehen. Besonders unsere Volumengruppe Core nennen wir das ja. also Volkswagen, Cupra, Skoda, das werden die Themen sein. Wir werden auch bei Audi natürlich vertreten sein. Die High-Performance-Anwendungen und natürlich auch bei anderen Premium-Marken im Konzern, die High-Performance-Anwendungen, wenn es wirklich darum geht, maximale Schnellladefähigkeit und maximale Energiedichte. Wenn wir sagen, okay, das sind die anderen 20 Prozent, vielleicht eher weniger, wo wir wirklich sagen, das sind Autos, die ganz, ganz weit oben rechts in der Anforderungspyramide stehen. Das wird man dann tatsächlich über Sonderlösungen abdecken. Da ist aber auch die Skalierung dann nicht mehr so wichtig. Das sind dann wirklich Sonderanfertigungen. Und der Preis eben dann, also die stehen auch rechts oben. Und da kann man da ruhig ein bisschen mehr verlangen. Genau. Wenn es um die Volumenmodelle geht, dann hat ja jetzt in der Vergangenheit besonders stark so Einstiegsmodelle eine Rolle gespielt. Wird denn die Einheitszelle fertig, zum Beispiel für das momentan unter dem Arbeitstitel ID.2 kolportierte Modell? Wird es da schon kommen? Ja. Also die Einheitszelle ist einer, der wird im ID.2 eingesetzt werden. Also das ist auch der Fahrplan, den wir gerade abfahren. Und da sind wir auch im Track, das zu schaffen. Das heißt, nächstes Jahr, habe ich gelesen, wollt ihr so richtig? Also 2025 werden wir auch als Gitter die ersten Zellen dann beliefern. Du hast gerade schon gesagt, 80 Prozent. Die anderen 20 Prozent, ihr seid nicht die, andersrum angefangen, ihr seid nicht die einzige Batterieschmiede bei euch im Haus. Wir hatten ja auch schon mit dem, Michael Steiner beispielsweise, dem Entwicklungschef von Porsche im Podcast gesprochen, über Sellforce, das ist, finde ich, immer schwierig mit Custom Sells und Sellforce, dieses Joint Venture. Wir hatten auch schon Daniela Wehrlich hier. Gerd hat schon gesagt, die basteln dann das High-Performance-Sorger. Wenn du jetzt mal beschreiben müsstest, was ist denn der konkrete Unterschied? Bei euch geht es nur um Masse und Effizienz und bei denen geht es um nur Leistung oder was ist da in deinen Augen das echte Unterscheidungskriterium zwischen den beiden? Du meinst zwischen Sellforce und Power-Co jetzt? Ja. Ich glaube, auf der einen Seite natürlich die Power-Co mit den großen Volumina. Wir gehen natürlich in unterschiedliche Segmente rein. Wir gehen in kostenoptimierte in das Main-Segment, was unser Hauptvolumen ist. Natürlich aber auch in den besten, wir nennen das besten Class, also wirklich das, was wir nicht vielleicht nicht ganz rechts oben, aber so mittig rechts oben abbilden. Das ist so was, was wir als Power-Co abdecken. Und dann natürlich gibt es Bereiche, wo wir auch sagen, es gibt vielleicht auch Formfaktoren, die jetzt ein Sonder- oder Spezialanwendung-Konzern, die jetzt nicht eine Arztelle sind, sondern die 20 Prozent können ja auch durchaus andere Formfaktoren sein. Auf das fokussiert sich dann mit den besten Chemien, auf das fokussiert sich dann die Cellforce. Die Deutsch, also ihr macht das in Deutschland, du hast es schon gesagt, in Salzgitter soll es dann losgehen. Ein alter VW-Standort, der da umgerüstet wird. In Deutschland haben wir nicht das erste Mal irgendwie die Idee, dass wir Batterien hier und Zellen hier bauen wollen. Der Daimler hat es schon mal probiert. Das war damals, glaube ich, die Litec in Kamenz. Ich habe gelesen dazu, das ist im Management-Magazin dafür geschrieben, Daimler verramscht seine Batteriezellproduktion. Ich glaube, der frühe CEO von Kamenz oder aus Kamenz ist auch bei Power-Co jetzt. Genau, das ist Frank Blume, der ist auch der CEO der Power-Co. Was ist denn heute anders zu 2015, außer neun Jahre später? Zum einen haben wir, glaube ich, eine ganz andere Basis, was den Produktmix angeht. Ich glaube, wir haben eine klare Entscheidung auch der Industrie, in Richtung Elektromobilität zu gehen, was, glaube ich, damals eher noch so als, wenn man es mal überspitzt gesagt, Versuchsträger gestartet wurde, ist jetzt, glaube ich, schon eher ein All-in der europäischen Automobilindustrie, wo wir sagen, wir wollen jetzt Elektromobilität schaffen, und wir wollen auch die Transformation hin zur Elektromobilität realisieren. Und ich glaube, das Zweite ist tatsächlich auch, dass wir in der Power-Co uns von Anfang an gefragt haben, wie können wir mit dem Best-in-Class der Industrie, auch was das Thema Effizienzen bei Produktion und auch bei Investitionen angeht, mithalten. Die Litek war damals 0,8 oder 1 Gigawattstunde. Ich glaube, in Salzgitter sprechen wir über 40. In unserem zweiten Werk in Spanien über 60. In Kanada von bis zu 100 Gigawattstunden. Das heißt, wir sprechen erstmal um eine andere Skalierung. Wir haben uns natürlich auch angeschaut, wo ist ja gerade der Markt. Also eine Zentraleinheit für uns, die wir verfolgen, ist ganz klar Millionen Euro pro Gigawattstunde. Das ist die sogenannte Investitionseffizienz. Die haben wir uns angeschaut und gesagt, wie können wir da Best-in-Benchmark erreichen. Natürlich immer lokalisiert mit Europa. Ich glaube, was uns auch klar sein muss, wir haben in Europa höhere Baukosten. So ein Gebäude in Deutschland kostet ein bisschen mehr als in China. Aber so viel kann ich sagen, wir sind da nicht schlecht unterwegs. Auch was das Thema Wettbewerbsfähigkeit angeht, auch zwischen, im Vergleich zu unseren europäischen Mitbewerbern. Und wir haben halt ganz klar auch auf eine Produktstrategie gesetzt, die jetzt auch in großer Stückzahl uns Volumen garantieren wird. Und das Letzte ist das Thema vertikale Integration, was, glaube ich, auch damals Nelitik nicht gemacht hat. Und was wir jetzt in großem Maße auch tun, nämlich zum Beispiel die drei Milliarden mit Ironway, die wir mit Yumicor in den Joint Venture investieren. Wir investieren aber auch mehr in andere Projekte, wo wir in die vertikale Integration reingehen, zur Absicherung und natürlich auch zur Sicherstellung der Preiswettbewerbsfähigkeit unserer Produkte am Ende. Spannend, dass du sagst, das Joint Venture von Yumicor. Ich meine, da geht es um Kathodenmaterial, wenn ich richtig im Kopf habe und ihr wolltet Material für 160 Gigawattstunden Batteriekapazität am Ende schaffen. Du sprachst gerade eben von 100 plus 40 plus 60. Ich habe auch irgendwas gelesen von 240, die ihr eigentlich nur in Europa halten wollt. Da ist jetzt aber noch ein ganz schönes Gap. Das heißt, das ist nur die Absicherung und ihr müsst trotzdem noch fremd zukaufen. Das heißt, VW will sich nicht so weit diversifizieren zu sagen, am Ende liefert ihr Kathodenmaterial an BYD oder CATL oder Samsung, LG und Co. Genau, also grundsätzlich das Joint Ventures erstmal natürlich zur Absicherung von Power Co. Der Geschäftszweck ist jetzt nicht, dass wir in der Kathodenaktivmaterialbelieferung der ganzen Welt einsteigen, sondern es ist erstmal natürlich zur Absicherung von der Power Co. Der macht das Nadelöhr größer in erster Linie. Wir machen für uns für uns machen wir erstmal eine Absicherung, dass wir, und deswegen investieren ja auch aktiv, dass wir unsere Produktion mit Material versorgen können. Darum geht es. Okay. Aber reichen tut es ja dann trotzdem hinten und vorne. Es ist ja nicht, es ist die Hälfte dann wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Das ist glaube ich jetzt, ich würde es mal sagen, dass der Schritt eins ist, glaube ich, 160 Gigabitstunden ist auch schon eine relativ große Menge pro Jahr. Insofern sind wir da, wenn wir das abdecken können, glaube ich, auch schon in einer guten Position. Sicherlich gibt es da noch Möglichkeiten, das entsprechend zu erweitern, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal ein guter Startpunkt. Als Beispiel. Wir machen natürlich noch andere Projekte, die jetzt noch nicht alle kommuniziert sind oder kommunizierbar sind, aber ich glaube, das ist ein guter Hinweis, dass wir da auch drei Milliarden schon in diese Integration für das Katholkenaktivmaterial investieren. Wie wichtig ist denn das Thema Menschen auch? Also das ganze Thema Batterien in Deutschland zu bauen, in Salzgitter, in Valencia, in St. Thomas, glaube ich, das ist in Kanada. Das sind zumindest die Standorte, die bekannt sind. Euer CTO ist, glaube ich, früher der Batteriechef von Apple gewesen, war davor bei Samsung SDI, war bei LG Cam. Jetzt ist es ja nicht, die Kernkompetenz, Batterien zu bauen aus den Leuten aus Zuffenhausen, Wolfsburg, Ingolstadt. Wie wichtig ist es, diese Leute ranzukarren? Wie hält man die zum einen und zum anderen, wie schafft man die nach Salzgitter? Nicht gerade Weltmetropole. Schöne Stadt, aber... Also vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Wie wichtig ist es, diese Menschen zu holen? Ich sehe das als essentiell und ich glaube, wir brauchen auch einen Kulturwandel im Denken in Deutschland, um sicherzustellen, dass wir hochlaufen können. Nämlich einen Kulturwandel im Sinne von, wir waren die Lehrer im Verbrennungsmotor und wir sind, bis wir die Aufholjagd abgeschlossen haben, Schüler. Also Schüler im Sinne von, wir müssen von denen lernen, die das jetzt schon 10, 15 Jahre in Großserie gefertigt haben. Und insofern ist es essentiell, solche Personen, wie zum Beispiel unseren CTO an Bord zu haben, die einem einfach aus der Großserie die Erfahrung teilen können und die uns mitteilen können, worauf müsst ihr denn achten, sodass wir genau diese Lernkurve, die die Mitbewerber aus Asien hatten, dass wir die nicht nochmal durchlaufen müssen. Insofern ist das aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig. Wir sind da auf einem guten Weg. Also wir haben auch schon mehrere hundert Leute an Bord mit entsprechender Erfahrung. Insofern, das funktioniert. Jetzt kommt die große Frage, wollen die nach Salzgitter? Unsere Erfahrung ist, die kommen nach Salzgitter wegen der Aufgabe. Also ich glaube, wir haben den Vorteil, dass viele Leute nach Salzgitter kommen, weil sie sagen, die Aufgabe ist spannend, die Vision der Powercore ist spannend. Und das, was wir in Salzgitter aufbauen, ist in Europa ziemlich einzigartig, auch was das Thema Vertikale Integration angeht und den gesamten Closed Loop dann auch mit unserem Endkunden sozusagen, Volkswagen-Konzern. Und Salzgitter hat auch seine schönen Ecken. Also ich versuche immer wieder hervorzuheben, wir haben die schönsten Standorte in der ganzen Batterieindustrie, weil jeder unserer Standorte hat einen Strand in der Nähe. In Salzgitter gibt es den sogenannten Salzgittersee, da gibt es auch zumindest einen Strand, wo man auch Tretboot fahren kann im Sommer. Valencia hat natürlich direkt neben unserem Plot den Strand. Und auch St. Thomas hat nach zehn Minuten Entfernung auch einen Strand. Insofern sage ich immer, die Powercore hat die schönsten Standorte in der Batterieindustrie. Strandnehe Standorte. Arbeiten, wo andere Urlaub machen oder so ähnlich. Okay. Verstehe. Das heißt, aber das Thema Personen ist schon ein Ding. Ein anderes Thema ist ja auch immer Produktion heißt Energie. Unsere Verkehrsminister, Finanzminister unter anderem werden nicht müde zu betonen, dass bei uns gerade Energie das gefühlt teuerste Gut weltweit ist. Ergibt das Sinn in Salzgitter nicht so nah dran, direkt am nächsten Nordsee-Windpark eine Batterieproduktion zu bauen? Ich glaube, wir haben allgemein das Thema in Europa aktuell zum Thema Energiepreise. Das ist ein Thema, besonders in Mitteleuropa. In Südeuropa tatsächlich nicht so sehr. In Spanien ist es ein Stück weit einfacher. Vielleicht hole ich mal ein bisschen aus. Was gibt es für Quellen, die so eine Batteriefabrik normalerweise an Energie nutzt? Das eine ist Strom, klar. Das andere ist, zumindest in Asien, häufig verbreitet Erdgas. Und das dritte ist, typischerweise zur Herstellung von den Trockenraumbedingungen, nutzt man in China viel Dampf. Jetzt haben wir gesagt, was wollen wir denn bauen? Wir wollen eine nachhaltige Batterie zur Fabrik bauen. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wo entstehen denn CO2-Fußabdrücke? Bei der Verbrennung von Gas, bei der Herstellung von dem Dampf. Das einzige Medium, wo man wirklich sagen kann, das kann man zumindest komplett CO2 neutral, würde ich es mal nennen, darstellen, ist Strom. Deswegen haben wir im ersten Schritt gesagt, wir stellen unsere komplette Fabrik auf Strom um. Hat den Vorteil, dass wir zunächst mal sagen, wir sind natürlich von Gas unabhängig. Das bedeutet, das, was auch in den letzten Jahren in Deutschland passiert ist, zum Beispiel Gasversorgen, hat uns jetzt nicht so sehr betroffen. Aber natürlich auf der anderen Seite das Thema Stromverfügbarkeit. Stromverfügbarkeit und auch natürlich, wo kommt der Strom her? Und viel wichtiger, natürlich auch die Strompreise. Wir verbrauchen eine dreistellige Gigawattstundenanzahl pro Jahr an Strom in so einer Zellfabrik. Das bedeutet, so ein Cent-Unterschied macht da schon relativ viel aus auf der Jahresbilanz. Aber jetzt natürlich nochmal, um die drei Punkte vielleicht zu detaillieren. Erstens, wo kommt der Strom her? Nun, grundsätzlich sind wir an das Stromnetz angebunden. Das bedeutet, grundsätzlich würde man, würde mein Sohn sagen, der Strom kommt erstmal aus der Steckdose und da kommt erstmal genug raus. Das bedeutet, die Versorgung ist erstmal sichergestellt. Wir haben praktisch eine Trasse an unser Werk noch herangeführt, um zusätzliche Stromkapazitäten zu ermöglichen. Das Zweite ist, und jetzt glaube ich, das ist wichtig zu verstehen, wir haben hier in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa ein relativ gut vernetztes Stromnetz. Das bedeutet, ob jetzt der Windpark direkt neben unserem Standort steht oder in Norddeutschland, ist jetzt dem Stromnetz an sich erstmal ein Stück weit egal, sondern es ist erstmal wichtig, wo kauft man seine Kapazitäten ein. Das bedeutet, man kann auch sehr wohl in Salzgitter mit Stromkapazitäten aus einem Windpark an der Nordsee arbeiten, solange man sich entsprechende Kapazitäten daraus sichert. Also das ist im Prinzip einmal diese Versorgung dann über das Netz. Das bedeutet, so kann man auch CO2-Freiheit herstellen. Nicht nur über Zertifikate, sondern es gibt auch entsprechende Programme, wo man sich Kapazitäten von solchen Windanlagen sichern kann. Aber da kommen wir doch ganz schnell in so eine, also hatten wir ja auch schon im Podcast, dann kommen wir ganz schnell in so eine Read-It-Dispatch-Geschichte rein, wo dann am Ende eben das Windrad doch aus dem Wind gedreht wird, weil die Trasse eben nicht da ist, weil wir wissen alle, der Ausbau der Trassen ist in Deutschland gähnend langsam und dann wird halt doch das Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk direkt an Salzgitter dran, auf Gas, äh, angefeuert und das Windrad dreht sich eben raus und dann ist das zwar auf dem Papier grün, dann sind wir zertifikatsmäßig fein, aber so richtig grün nicht. Ja, also man kann es, das ist richtig, ähm, natürlich ist es so, dass, also erstens, wir kaufen keine Zertifikate, sondern wir kaufen tatsächlich Kapazitäten, Produktionskapazitäten, dann von diesen, von diesen Strom, ähm, von diesen erneuerbaren, ähm, Energien. jetzt gibt es natürlich auch nicht nur Offshore-Windparks, sondern auch Onshore-Windparks, was man vielleicht vergisst ist, dass unser Standort Salzgitter in der Nähe von Sachsen-Anhalt ist, Sachsen-Anhalt hat eine der höchsten Dichten von Onshore-Windparks, ähm, das bedeutet, so weit weg sind die tatsächlich gar nicht, wenn man diese dann entsprechend nutzt, aber natürlich ist es so, dass das, was aus dem Netz kommt, ob jetzt diese Stromelektronen, ähm, aus, aus dem Atomkraftwerk, aus dem Kohlekraftwerk oder aus dem Windkraftwerk kommen, das sehen wir nicht. Aber natürlich ist es so, dass wir uns, ähm, in der Bilanz schon sagen, äh, schon sehen am Ende des Jahres, wo kommt denn, wo haben wir denn unseren Strom produzieren lassen, das kann man schon nachvollziehen. Das sind dann nicht Zertifikate, wo wir sagen, wir haben 200, äh, Kilowattstunden Strom verbraucht und wir kaufen da mal ein Zertifikat für, sondern es geht wirklich darum, wo haben wir den Strom auch an der Börse von welchem Verbraucher, äh, von welchem Produzenten gekauft. Jetzt geht es natürlich ein Stück weit weiter, das machen wir beispielsweise in Spanien. In Spanien ist so, da scheint ein bisschen häufiger die Sonne als in Salzgitter, ähm, also in Salzgitter, ich nenne da mal ein kleines Beispiel, da sind wir so bei 600 Sonnenstunden im Jahr, in Spanien, Valencia so bei 1600 bis 1700. Dieser Strand ist gar nicht so viel wert. Ähm, insofern sind wir da, ähm, sind wir da ein bisschen besser, was die Sonnenstunden angeht und wir haben genau in der Nähe von unserem Plot einen PV-Park, den wir jetzt zusammen mit einem Partner aufbauen in einer Größe von 240 Hektar und der entsprechend 30% unseres Strombedarfes abliefert, sodass wir schon auch in Spanien in der Lage sind, uns sozusagen selbst zu versorgen. Jetzt so ein PV-Park in Deutschland bringt nicht ganz so viel. Jetzt, ich finde immer die Zahl ganz interessant, in Salzgitter haben wir unsere ganze Dachfläche vorgesehen für PV-Parks, das reicht so ungefähr für 1% unseres Strombedarfes. Okay. Insofern kommt man da um entsprechend diese Stromvorträge nicht drumherum. Aber natürlich schauen wir, dass wir so weit wie möglich über Additionalities arbeiten. Das bedeutet wirklich, dass wir uns Stromproduktionskapazitäten sichern, die wir dann natürlich richtigerweise ins Netz reinbringen, aber natürlich dann dazu beitragen, dass unser Strom am Ende des Jahres zumindest eine Herkunftsquellennachweis hat. Okay. Gibt es irgendeine Antwort seitens eines Batterieherstellers zum Thema Volatilität in der Erzeugung beziehungsweise konstanten Strombedarf in der Produktion von Batterien? Also kann man da irgendwas ausgleichen? Oder müsst ihr die ersten 2000 Chargen von euren Batterien dann einfach nehmen, um zu puffern? Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich glaube, was wir auch sehen, ist, dass wir je mehr und das sehen wir in Spanien, je mehr erneuerbare Energien wir ins Netz pumpen, desto aufwendiger wird das Shaping, wird das Shaping und auch teurer wird das Shaping und Balancing des Stroms im Netz. Ja, also so in Spanien am 30, Mitte August, 12 Uhr mittags, da ist nun mal bei so ganz vielen PV-Parks, da ist ganz viel Energie im Netz. sodass man teilweise zum Schutz des Netzes auch einfach Energie rausziehen muss, weil man es einfach gar nicht verarbeitet bekommt. Jetzt so dann im Winter, Mitternachts, zu Weihnachten, da ist wahrscheinlich da nicht ganz so viel Strom da von den PV-Parks. Und ich glaube, genau dieses Balancing dieser Bedarfe, das ist eine Herausforderung. Und das ist eine Herausforderung, die können wir in der Fabrik gar nicht komplett abfedern, weil einfach die Überkapazitäten da im Sommer so hoch sind, dass wir die einfach nicht ausgleichen können. Was man natürlich auch macht, um natürlich sicherzustellen, dass wir so viel wie möglich von unseren erneuerbaren Energien nutzen, dass wir schauen, dass wir mit stationär speichern, entweder auf unserem Plot oder natürlich wieder zusammen mit Partnern im Netz die Kapazitäten dann nicht abschalten müssen, sondern speichern können, um dann, wenn wir, ja, nennen wir erneuerbare energiearme Tage, dass wir das dann wieder ins Netz reinbringen können. Aber da muss ich einhaken, das heißt, ihr seid Batteriezellhersteller, ihr seid die, die die Kapazität wertschöpfen, aufbringen und ihr müsst euch jetzt nochmal jemanden suchen, mit dem ihr dann Energiespeicher für euch on-site aufstellt. Ihr könnt nicht einfach euer Hochregallager ganz vereinfacht das weist, es werden ganz viele Leute den Kopf schütteln, euer Hochregallager anstecken und sagen, da geht es rein und dann geht es wieder raus und dann machen wir am Ende noch einen Reibach draus und verdienen doppelt. Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Idee. Was wir, glaube ich, nutzen sollten, wenn man so eine Zellfabrik einmal hochfährt, dann muss man einmal alle Zellen und wir haben typischerweise 40.000 bis 50.000 Zellen, die gleichzeitig geladen werden pro Block, dann muss man die natürlich einmal mit Strom beladen. Das bedeutet, da brauchen wir relativ viel Energie aus dem Netz. Das sind aber keine Gigawattstunden an Leistung, oder Gigawattleistung müsste man sagen. Das heißt, das ist irgendwo begrenzt. Und was wir natürlich auch machen, ist, dass wir die Energie, wenn wir die Zellen entladen, nicht einfach nur verpuffen lassen, sondern wir haben relativ intelligente Energiesteuerung, sodass wir einen Großteil der Energie, die wir dann aus der Zelle wieder rauskriegen, wieder in das Laden der neuen Zellen reinstecken, sodass wir erstmal die Zellen, die grundsätzlich sowieso im Prozess geladen und entladen werden, dass wir die im stabilen Prozess nur noch relativ wenig frische Energie, ich nenne es mal frische Energie, aus dem Netz benötigen. So, jetzt haben wir natürlich die Anforderung, dass wir die Zellen im Hochregallager lagern müssen. Prozessvorgabe ist natürlich, dass sie bei einem bestimmten, wir nennen das SoC, also State of Charge, konstanten SoC gelagert werden müssen, sodass wir die nicht als Puffer vorhalten können. Man könnte natürlich jetzt sagen, man hat im Outbound Warehouse ganz viele Zellen, die könnte man ja laden und auch entladen. Es ist tatsächlich aber teurer, da in dem Outbound Warehouse ganz, ganz viel Ladeinfrastruktur zu investieren, als ESS-Lösungen natürlich separat zu produzieren, die entweder sich auf den Plot zu stellen oder, und das ist eigentlich von einer Netzbetreiberperspektive effizienter, die an zentralen Umspannpunkten zu positionieren, sodass man die Batterien dann im Grid, also praktisch Before the Meter nennt man das, auch entsprechend installieren kann. Aber ihr habt eine dreistellige Gigawattstunden Bedarf. Seid ihr nicht ein Knotenpunkt? Also, solltet ihr nicht einer sein? Wir sind, wir sind ein Verbraucher, das stimmt. Es ist nicht so, dass wir die Energie lange lagern. Es ist nicht so, also im Prinzip, wenn man sagt, wo kommt unser Energieverbrauch her? Ein Drittel unseres Energieverbrauchs geht in die Trockenräume, ein Drittel unseres Energieverbrauchs irgendwo in die Elektrodenproduktion und dann nicht so ein hoher Anteil in das kontinuierliche Laden und Entladen der Zellen. Das macht man eben durch eine relativ intelligente Energiesteuerung. Das Einzige, was man, wie ich es gesagt hätte, wo man tatsächlich auch Energie puffern könnte, wäre über das Outbound Warehouse. Aber da ist es tatsächlich effizienter, über Energiespeicher nachzudenken. Insbesondere, weil man dann natürlich Zyklen auf die neuen Batterien drauf fährt, wo man dann auch schauen muss, was sind dann die Anforderungen, die noch ein Kunde hat. Du hast es gerade schon angesprochen, ein großer Energiefaktor ist das Trocknen. Das kommt ja daher, dass man das Slurry quasi flüssig da drauf bringt und dann muss man das in diesen langen Öfen trocknen. Soweit ich gehört habe, arbeitet ihr ja aber auch an Trockengeschichtigung. Also wie viel spart es und wie funktioniert es und wollt ihr damit schon bald an den Start gehen? Also tatsächlich ist es so, dass wir damit schon relativ weit sind. Also wir haben die ersten Pilotanlagen, die auch dieses Jahr schon kommen, die wir dann dieses Jahr auch in Salzgitter schon aufbauen werden können. Das spart ungefähr ein Drittel an diesem Gesamtenergieverbrauch für die Prozesse. Insofern ist das ein signifikanter Anteil. Und wir wollen das natürlich so schnell wie möglich einsetzen, nachdem wir eine Validierungsphase abgeschlossen haben. Das bedeutet, wie gesagt, wir gehen dieses Jahr schon in Salzgitter in eine erste Pilotanwendung rein. Und ja, am Ende, was ist der Unterschied? Am Ende ist der Unterschied, dass wir dieses, das Aufbringen oder das Mischen mit dem Lösemittel herausnehmen, dass wir eine andere Möglichkeit haben, die Partikel in der Kathoden- und Anodenaktivmaterial zu verbinden, weil das ist am Ende das, worum es geht. Und dass wir einen entsprechenden Prozess entwickelt haben, wie wir das, dann diese trockene Slurry auf die Folie aufbringen und die auch entsprechend die Festigkeit hat. Peel of Strength, das ist so der Maß, mit dem man das misst, dass wir den trotzdem noch weiterhin erreichen. Also das ist so entsprechend, vielleicht kurz zusammengefasst, die Prozessführung, was muss man dafür, oder was hat man da weiterhin noch für Einflüsse? Man kann sich natürlich diese 60 bis 80 Meter Trockenstrecken sparen, um dass man natürlich die Fabrik kürzer machen kann. Das spart zum einen Trockenraum, das spart zum anderen natürlich auf der einen Seite Gebäudekosten, auf der anderen Seite könnte man natürlich dann mehr Produktionskapazität ins Gebäude reinbringen. Und wir versuchen, der Erste zu sein, der das in Europa dann auch in großer Stückzahl dann umsetzt. Tesla hat das Thema ja mal auf dem Battery Day, aber das ist schon 2020, sehr viele Monate zurück vorgestellt und soweit ich das zumindest lese, höre, wahrnehme, so richtig am Start ist das Thema noch nicht, weil das nicht ganz so einfach ist. Tatsächlich ist das nicht so einfach, tatsächlich hat Tesla aber auch eine andere Prozessführung als wir. Wir haben ein Stück weit eine andere Prozessführung und auch eine andere Prozess oder technische Prozesszusammensetzung, die wir dafür auch nutzen. Kannst du es beschreiben? Der Tesla hat im Prinzip, so wie es auch viele chinesische Firmen machen, so eine Art, nennt sich Freestanding Film, wo er praktisch zuerst den Film, die Trockenbeschicht in den Film herstellt und dann entsprechend auf die Elektrode aufbringt. Wir mischen das schon ein Stück weit anders zusammen und sind dann in der Lage, den Film direkt auf die Elektrode wie in konventionellen Beschichten aufzubringen, wodurch wir in der Lage sind, die Elektrode ein bisschen dünner zu machen. Insofern, das ist ein großer Unterschied der Prozessführung. Da haben wir natürlich noch ein paar Geheimnisse beim Thema Mischen und beim Thema Kalendrieren und wir sind damit ganz guter Dinge, sodass wir besonders beim Schnellladen und auch bei der Hochenergiedichte auf Werte kommen von den ersten Mustern, die auch mit unseren aktuellen jassbeschichteten Zellen relativ gut übereinstimmen. Und wie kann man sich das jetzt rein physikalisch vorstellen? Ersetzt ihr Kleben durch Pressen oder? Ja, rein physikalisch muss man sich vorstellen, wir haben bisher ein nasses Bindemittel. Auf der Karton-Seite haben wir NMP als nicht Bindemittel, sondern Lösungsmittel, das wir eben benötigen, um die Slurry herzustellen und das NMP muss man dann entsprechend wieder aus der Elektrode entfernen. Den haben wir uns komplett gespart. Wir haben dann einen anderen Binder, eine andere Binderlösung, die entsprechend auch trocken aktiv wird. Und da kommt natürlich auch das Geheimnis her. Das Geheimnis ist dann, wie aktiviere ich den Binder und wie bringe ich es hin, dass der Binder sich dann auch so vernetzt, dass es am Ende funktioniert. Und durch diese Vernetzung auf Atomarebene sind wir dann auch in der Lage, eine relativ gute Festigkeit und am Ende auch relativ bessere Schnellladefähigkeiten als mit der nassbeschichteten Elektrode zu erreichen. Ich habe gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr, war es ein Talk? Es gab ein Batterieforum Anfang des Jahres, dass du erzählt, dass eine Batteriefabrik, eine Zellfabrik in Deutschland 100 Prozent, ich glaube, Dustin Chard an die Wand geworfen, ich glaube, es waren sogar bis zu 300 Prozent teurer ist, als das gleiche Ding in China aufzubauen. Wie kommt ihr auf diese, wenn die Zahlen stimmen, wie kommst du auf die wahnwitze Idee überhaupt, in Salzgitter einen Stift in die hinzunehmen, sagen, wir fangen an, bei 300 Prozent teurer? Ich glaube, die genaue Zahl müssen wir, glaube ich, nochmal raussuchen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall mindestens 100 Prozent teurer. Ich glaube, 100 Prozent war im Jahr 2022, aber es sollte signifikant steigen. China fällt der Preis immer weiter. Wir gehen natürlich auch noch weiter runter. Genau, in deinem Chart blieb Deutschland oder Europa relativ stabil, während China sich gefühlt jedes Mal halbierte, gibt es ja auch die neuen Zahlen, die sagen, zwischen 2023 und 2024 würde in China die Zellproduktion sich halbieren an Kosten. Nochmal, wie seid ihr so verrückt, das zu tun oder überhaupt zu wollen und zu erdenken? Naja, es gibt erstmal vielleicht erst qualitative Gründe. Der erste qualitative Grund ist natürlich, wir brauchen eine lokale Supply Chain. Das bedeutet, wenn man das Thema Nachhaltigkeit irgendwie angehen will, dann muss man natürlich schauen, wie kriege ich die Lieferkette auch lokalisiert. Das ist das erste Thema. Wir gehen auch davon aus und du hast es vorhin im Eingang angesprochen, das Thema geopolitische Abhängigkeiten will man natürlich minimieren. Jetzt kommt man natürlich auf die andere Frage und sagen, ja, diese geopolitische Unabhängigkeit, die darf natürlich die Autos nicht unendlich für euch machen und insofern schauen wir schon an, was sind so die Kostentreiber. Kostentreiber in Deutschland und Europa sind die, zum einen die Gebäudekosten. Ein Gebäude in China ist mindestens 100, wenn nicht und das sind auch durchaus vielleicht sogar 200 Prozent einfach teurer als in China. So ist es einfach, weil wir andere Anforderungen haben. Das sind auch Randbedingungen, mit denen müssen wir zurechtkommen. Auf der anderen Seite ist das so, dass natürlich Gebäudekosten in Europa über 33 Jahre abgeschrieben werden. Das bedeutet, Gebäudekosten sind jetzt im Endeffekt im Produkt keine so signifikanten Unterschiede. Das andere, was man natürlich betrachten muss, sind die Produktionsanlagen und ich glaube, da haben wir es schon geschafft, relativ nah auch an den Benchmark zu kommen mit dem, was wir in Salzgitter stehen haben. Und wenn wir natürlich über weitere Optimierungen nachdenken, dann sprechen wir über Themen wie Trockenbeschichten, dann sprechen wir über weitere Innovationen, die wir im Formation Aging, die wir aber auch beim Stacking, die wir in der Zellmontage haben. Wir haben mehr als 50 Innovationen im Funnel, wo wir sagen, da können wir aufholen. Und wir sind uns bewusst, dass wir natürlich bei der State-of-Art-Technologie niemals kostenparitär mit chinesischen Zellerstellen werden können. Wir werden das nicht machen können, sondern wir werden das über Innovationen holen können. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir einen intelligenten Innovationsfunnel haben, wo wir auch schon heute über Technologien von morgen und übermorgen sprechen. Und deswegen müssen wir versuchen, entsprechend das Thema nochmal zurück zu dem Thema Trockenbeschichten als erster oder einer der ersten in Europa zu lokalisieren. Weil das bringt uns diesen Step-Change, sodass wir selbst, wenn wir bei den Anlagen und bei den sonstigen Investitionen teurer sind, dass wir, und das habe ich auch an dem Vortrag Anfang des Jahres hervorgehoben, dass wir da es schaffen, auf Millionen Euro pro Gigawattstunde Ebene, dann entsprechend auch dieses asiatische Niveau zu erreichen oder zumindest in die Nähe zu kommen. Da muss man sicherlich auch noch zweierlei wahrscheinlich bedenken. Erstens, also wenn man es dann auf die Lokalisierung runterbricht, dann könnte es ja noch einen gewissen Kostenvorteil wegen der Logistik geben. Also wenn man eben lokal produziert hat, muss man nicht erst her transportieren. Das andere ist, dass wir zahlreiche Faktoren haben, die auch irgendwie ja jetzt nicht nur von der wirklichen Erzeugung her im Preis festgelegt sind, sondern eigentlich eher von der Regulierung oder von der politischen Setzung. Also man könnte ja auch hergehen und sagen, Strom für Batteriezellproduzenten wird einfach billiger gemacht, weil wir es brauchen. Das sind natürlich Themen, die man sich anschauen muss. Natürlich ist unsere erste, also wir als wirtschaftliches Unternehmen haben grundsätzlich die Aufgabe durch technische Innovationen am Ende unserer Wettbewerbsfähigkeit, wie wir es auch im Verbrenner gemacht haben, in Europa sicherzustellen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist auch meine persönliche Aufgabe als Operations, die Kosten so hin oder in Kostenarbeit so weit voranzutreiben, dass wir es schaffen, am Ende in Millionen Euro pro Gigawattstunde, sprich durch höhere Produktivitäten, dann auch ein asiatisches Niveau zu erreichen. Das ist sicherlich eine Herausforderung heute, das stimmt. Und das war auch meine Nachricht, dass wir in Europa noch nicht da sind, wo wir sein müssen, dass wir noch eine große Aufgabe haben, die vor uns liegt, dass dies aber zusammen mit wirklich Innovationen, die wir nicht nur aufs Papier schreiben, sondern die wir jetzt auch ausführen, die wir umsetzen, dass wir damit in der Lage sind, auch mit nachhaltigen Wettbewerbsfähig zu sein als Batteriehersteller. Jetzt kommen natürlich diese ganzen Faktoren zum Thema Zoll, zum Thema Logistik dazu. Logistik ist kein großer Faktor auf Neuzellebene. Das Thema Zoll umso mehr, in Europa sprechen wir gerade über 2,3% Import-Duties für Zellen, das hält sie so in Grenzen, in Nordamerika aber eher im Bereich von 20-25%, da macht es schon einen Unterschied, wenn man aus China importiert. Und natürlich ist es so, dass wir uns davon natürlich auch schützen wollen, aber ich sage meinem Team immer, eigentlich müssen wir, unsere ureigene Aufgabe, ist es wettbewerbsfähig, Zellen zu produzieren, egal wo. Und das müssen wir darstellen können und das müssen wir auch realisieren können. Wie gesagt, deswegen haben wir ein eigenes Team, das sich nur auf das Thema Prozessinnovation fokussiert. Spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass, was ja sonst oft eine große Rolle gespielt hat, die Arbeitskraft ist in Europa viel zu teuer. Das fiel jetzt bei dir noch gar nicht. Liegt es daran, dass nicht so viel Arbeitskraft in der Produktion von Zellen steckt oder warum? Also ich glaube, wir haben jetzt, wir haben viel über die Abschreibung gesprochen. Das ist natürlich bei so einer Zellerstellung ist die die Abschreibung mal oder der Invest ein großer Teil. Ja, also wenn man da über Milliardeninsatzgitter kommuniziert, dass wir circa zwei Milliarden da investieren, das ist ein, das ist sehr, sehr viel Geld im Vergleich zur Motorenherstellung. Das bedeutet, das ist natürlich erst mal ein großes Cupix, was man vorab investiert. Das zweite große sind die Energiekosten, das dritte natürlich die Personalkosten. Natürlich versuchen wir in eine relativ hohe Effizienz reinzukommen, was die Personalkosten angeht. Und wir sind in Europa nicht günstig. Das muss man auch sagen und das führt natürlich auch dazu, dass wir einen Kostennachteil haben in Europa. Den haben wir in der Vergangenheit immer mit Produktivität aufgegolten. Das hat gut funktioniert, solange wir technologischen Vorteil hatten. Wenn man jetzt mal so eine Zellfabrik in China anschaut, die wird teilweise dunkel betrieben. Das bedeutet, in vielen Bereichen sind gar keine Mitarbeiter mehr. Das bedeutet, um diesen Produktivitätsnachteil, den wir in Europa aufgrund der Kostensituation aktuell haben, aufzuholen, müsste man schon noch deutliche Savings holen oder deutlich weniger Mitarbeiter holen. Das würde im Prinzip bedeuten, dass das einfach mal skaliert, wenn man die Lohnkosten mit dazu nimmt. In Europa müssten wir im Vergleich zu China so ungefähr zehn Prozent des Personalstammes von so einer zählchinesischen Zellfabrik in Deutschland erreichen, damit wir mal auf ein Level kommen. Zehn Prozent. Ja, also das ist, weil wir in Europa natürlich auch andere Schichtmodelle haben. Wir fahren nicht zwölf Schichten, sondern das geht in Deutschland rein rechtlich gar nicht, dass man mal eine großen Ordnung hat. Und deswegen sind die Themen einfach umso wichtiger, dass man sagt, wir müssen in eine Richtung kommen, dass wir über Innovationen auf die Kosten Wettbewerbsfähigkeit kommen. Wir werden eins zu eins verglichen mit China nicht diesen Kostenpunkt erreichen können, sondern deswegen ist es umso wichtiger und das ist mein Appell auf jede Batterieausstellung, wir müssen zusammenarbeiten, um Innovationen umzusetzen. Und deswegen ist auch die Partnerschaft beim Thema Trockenbeschichtung mit beispielsweise König und Bau so interessant, weil wir einfach sagen, wir haben da einen Partner, der nicht aus der Batterieindustrie kommt, der aber mit cleveren Ideen aus einer anderen Industrie uns dazu enabelt, diesen Technologiesprung relativ zeitnah umzusetzen. Wenn du aber jetzt die ganze Zeit sagst, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, auf das Niveau der chinesischen Hersteller zu kommen, wie lange kann denn dieser Vorsprung, auch wenn du 50 Innovationen, die ihr da irgendwie im Köche habt, ins Feld führst, wie lange kann das dauern, bis ein CATL, der unternehmensspezifisch nichts anderes tut, als Batterien baut? Ihr seid eine Subunit in VW, also ihr seid eine Subunit der Komponentengeschichte von VW, also wenn man das sich jetzt mal so hierarchisch anguckt, wie schafft man das, diesen Vorsprung dann, als er doch vergleichsweise kleiner, also ich habe das mal irgendwie durchgerechnet, ich glaube, das Fraunhofer ISI hat gesagt, 1.100, 1.200 Gigawattstunden Batteriekapazität, sollen wir 2030 produzieren, irgendwie sowas in dem Dreh meine ich, ich habe jetzt diese 240, 200, das sind nämlich 10, 12 Prozent am Ende, das heißt, ihr seid so, CATL alleine baut gerade 30, 40 Prozent, jetzt, Stand heute, BYD ja auch irgendwie 25 Prozent, also allein BYD ist doppelt so groß, wie ihr dann sein würdet, Europa bezogen. Ist das darstellbar, dass ihr dann das Trockenbeschichtungsverfahren für euch behaltet und niemand auf die Idee kommt, daraus zu finden, wie ihr das tut und all die anderen Dinge, die ihr machen wollt? Naja, zum einen ist es glaube ich so, dass wir auch bei den Produktionskosten natürlich ein Thema haben, wo wir darauf arbeiten müssen und nur das Trockenbeschichten wird es nicht sein. Das hoffe ich, also für euch. Natürlich ist es auch so, dass wir immer wieder Innovationen in den Markt bringen müssen, sonst werden wir das einfach nicht umsetzen können. Es gibt aber, glaube ich, noch zwei Faktoren, die man berücksichtigen muss. Erstens, von so einer Batteriezelle sind die Produktionskosten tatsächlich nur 20 Prozent der Kosten und 80 Prozent sind die Materialkosten. Und deswegen ist es im Prinzip das, woran wir arbeiten, kann am Ende oder muss nicht notwendigerweise kriegsentscheidend sein. Das bedeutet, es kann auch sein, dass wir durch eine clevere vertikale Integrationsstrategie am Ende trotzdem eine Kostenbasis haben, die wettbewerbsfähig ist, auch mit dem CRTL. Und ich glaube, das ist das, woran wir auch arbeiten und das ist der zweite große Pillar der Power Co., an dem wir ganz, ganz intensiv arbeiten. Natürlich ist es einmal die Aufgabe von mir persönlich, weil das mein Verantwortungsbereich ist, auch eine wettbewerbsfähige Zellproduktion in Europa herzustellen. Und ich finde es mittlerweile auch ganz guter Dinge, dass wir da in Europa auch auf einem sehr, sehr guten Platz sind. Denn am Ende will auch ein CRTL in Europa lokalisieren, auch ein BYD muss lokalisieren, LG, ein Samsung. Die werden alle kommen müssen, die werden den European Green Deal erreichen müssen. Es wird aus meiner Sicht auch in Europa wahrscheinlich eine Anspannung bei dem Thema Customs kommen, also Zölle, wenn man sich die geopolitischen Entwicklungen anschaut. Insofern werden wir eine höhere Lokalisierung in Europa sehen und ich glaube, da stehen wir sehr, sehr gut im Wettbewerb. Natürlich ist immer ein Vergleich, wo stehen die chinesischen Kosten für China? Ich versuche immer das als Benchmark zu nehmen, weil wir auch weltweit wettbewerbsfähig sein sollen. Aber ich glaube, für den Markt Europa für Europa und auch Nordamerika für Nordamerika sind wir aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und natürlich ist es jetzt so, wie will man da nachhaltig noch wettbewerbsfähig sein? Das ist diese Absicherung über die vertikale Integration. Aber ihr werdet ja nicht alle Zellen für VW für den Konzern herstellen. Auch die Cell Force wird nicht den kompletten Rest machen, sondern ihr werdet auch noch weiterhin zukaufen müssen. Handelt es sich dann dabei nur um die chinesischen Produkte? Ich meine, VW, der größte Absatzmarkt, ist China. Wir sprechen gerade nur von westlichen Batteriezellstandorten, die ihr hochziehen wollt. Ist da dann der Cut für euch oder wo macht ihr den Cut mit den Zellen, die Power Co. produziert? Wie sieht das aus? Also von diesen von den Einerzellen, die der Konzern fertigen will, sind wir ungefähr bei 50 Prozent, die von der Power Co. kommen. Das ist ungefähr das Ziel bis Ende der Dekade. Und es ist auch, das haben wir auch so kommuniziert, die Power Co. wird jetzt nicht anfangen, in China Zellen zu produzieren, sondern wir produzieren tatsächlich für den Markt außerhalb Chinas, also Europa, Nordamerika. Das sind so die Fokus-Märkte, auf die sich die Power Co. fokussiert. Ich glaube, in China gibt es auch schon genügend Zellersteller. Ich glaube, da macht es keinen Sinn, auch für uns da einzusteigen. Auch vor dem ganzen Thema Marktzugang ist das einfach die richtige Strategie. Plus, Volkswagen hat in China einen sehr guten Partner, Goshen, da sind wir auch dran investiert. Und ich glaube, Volkswagen hat auch eher den Fokus, seinen Partner da zu stärken und nicht noch einen Wettbewerber im Heimatmarkt aufzubauen. Wenn eure Partner in China dann auch Einheitszellen bauen oder ist das gar nicht notwendig? Tatsächlich ist es so, dass Goshen auch jetzt schon Einheitszellen baut. Und insofern ist das so, dass wir natürlich auch versuchen und auch der Volkswagen-Konzern versucht, Einheitszellen von anderen Lieferanten zu bekommen. Wir haben dann nicht nur die Motivation, uns selbst damit zu versorgen, sondern eigentlich das höhere Ziel ist, mit der Einheitszelle ein Industriestandard, ähnlich der VHS-Kassette, zu erarbeiten, sodass hoffentlich auch andere Hersteller auf die Einheitszelle aufspringen. Und wir haben da glaube ich auch schon die ersten beiden guten Beispiele, wo es Interesse aus von anderen OEMs gibt, die auch auf die Einheitszelle schwenken möchten. Aber wird es dann nicht umso schwieriger, sage ich mal, Innovationen in und um die Zelle für sich zu behalten? Ja, also natürlich, das Format ist das Erste. Wir werden natürlich jetzt nicht aktiv die Chemie teilen, das ist natürlich klar. Und natürlich ist es Wettbewerb. Und ich bin erstmal ein Freund von Wettbewerb, weil das fordert erstmal uns als Team. Und das zeigt auch, wo wir am Markt stehen. Und das wird uns auch helfen, weil wir je mehr Firmen die Einheitszelle herstellen, desto größer wird die Standardisierung auch an Komponenten, desto größer wird die Standardisierung auch an verfügbaren Produktionsanlagen. Und damit werden die State-of-the-Art-Anlagen natürlich deutlich einfacher und schneller verfügbar. Und das ist natürlich an uns zu sehen, wie managen wir diese Innovationstechnologien. Wir haben das im Prinzip folgendermaßen unterteilt, weil wir auch sagen, wir sind ein relativ junges Unternehmen im Volkswagen-Konzern. Wie bekommen wir es hin, diese ganzen Technologien überhaupt umzusetzen? Ich habe von über 50 Technologiethemen gesprochen. Wir haben für uns gesagt, jedes Thema wird untergliedert in, wir nennen das Key-Core-Standard. Also praktisch, was sind die Schlüsselkomponenten der Technologie und was sind die Standardkomponenten. Die Standardkomponenten, die kaufen wir auch weiterhin bei weltweit verfügbaren Lieferanten, der halt den besten Kostenpunkt hat. Die Schlüsseltechnologien, da haben wir aber gesagt, die wollen wir selber entwickeln. Die werden wir auch nicht rausgeben. Da werden wir darauf achten, dass die wirklich in-house bleiben, sodass wir, solange wir möglich versuchen, die Technologie nur alleinig herzustellen und auch umzusetzen. Und da sieht man, glaube ich, dann auch den Unterschied dann auch in der Kostenbasis. Und wir müssen weiterhin daran arbeiten, weil spätestens ein Jahr, nachdem die Zelle auf dem Markt ist mit der Technologie, werden unsere Mitbewerber da auch aufspringen. Wir haben dann aber ein Jahr Vorsprung, was das Thema Industrialisierung angeht und auch was das Thema Weiterentwicklung angeht. Und das ist eben dieses eine Jahr, was wir dann nutzen wollen, um weiter den Vorsprung dann auszubauen. Am Ende ist das ein Technologiethema. Muss man ganz offen sagen, wir sind da auch heute in der ersten Fabrik natürlich noch nicht. Wenn wir in Salzgitter anlaufen, werden wir erst noch mit State-of-the-art-Technologie anlaufen, weil wir unseren Anlauf, Produktionsanlauf sicherstellen wollen. Aber wir werden auch relativ schnell dann Innovationen in die Produktion in Salzgitter einbauen. Und die Fabrik, und so viel kann ich auch sagen, ist heute schon für Innovationen, wie das Thema Trockenbeschichten ausgelegt. Das bedeutet, wir können das dann auch nachhaltig oder nachträglich einrüsten in die Fabrik. Kleines Nachfrage noch zum Thema, was du gerade nachhaltig auch gesagt hast. Aber Nachhaltigkeit, ist das für euch auch vielleicht ein Produktvorteil in den Eigenschaften, das eine europäische Zelle haben kann? Also für Europa, für Europa ist es natürlich auf jeden Fall nachhaltiger, weil man die in Europa produziert. Das ist klar. Ich habe eben von dem Thema Strom gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass wir nicht nur Zertifikate kaufen für den Strom, sondern dass wir tatsächlich auch in Spanien beispielsweise in den PV-Park mit investieren, dass wir uns ganz detailliert anschauen, wo kommt unser Strom her, wie kaufe ich den durch Additionalities. Und natürlich schauen wir, dass wir unsere Lieferkette lokalisieren, sodass wir am Ende auch das Thema CO2-Fußabdruck Gesamtheitlich so weit wie möglich reduzieren. Ein Thema, was ich noch nicht erwähnt hatte, war das Thema Recycling. Unsere Vision ist am Ende wirklich in eine Art Zero-Scrap-Factory zu übergehen. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, auch auf oder in der Fabrik, in bestimmten Prozessschritten, direkt das Thema Recycling so einzubauen, dass wir das, was beim Recycling rauskommt, direkt wieder vorne ins Mixing einbringen können. Nennen wir Direct-Scrap-Recycling. Da haben wir jetzt unterschiedliche Prozessrouten, die auch gerade in der Entwicklung sind. Und das wird für uns auch ein Wettbewerbsvorteil sein, was das Thema Kosten, aber auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und vor allem halt auch die Geschichte, die man erzählen kann dem Kunden, der ja unter anderem ein Elektroauto auch kauft, weil er seinen persönlichen CO2-Abdruck reduzieren möchte. Absolut. Wichtig, wir reden die ganze Zeit immer wieder über Geld, weil es ist am Ende ja auch ein Unternehmensziel, hast du ja auch gesagt, es geht am Ende darum, wettbewerbsfähig zu sein. Wir haben jetzt bei Northvolt ja relativ prominent mitbekommen, was es für ein Hin und Her war. Ob der Standort in Heide da jetzt tatsächlich stattfindet oder nicht. Die haben jetzt am Ende, glaube ich, 900 Millionen Euro bekommen. Könntest du uns sagen, wie viel habt ihr bekommen bisher? In Salzgitter? Auch und in St. Thomas, was dann spannend wird, IRA-mäßig, was ihr da plant. Und auch in Valencia? Also in Salzgitter waren wir nicht förderfähig. Woran seid ihr gescheitert? Ich glaube, wir sind nicht notwendigerweise gescheitert. Ich glaube, es waren die Zeit. Es war erstens, glaube ich, das Thema, dass das Thema TCTF, also praktisch IRA-Matching EU, zu der Zeitpunkt, als wir angefangen haben, noch nicht existiert hat. Die Diskussion, ob Heide stattfindet oder nicht, muss natürlich offiziell geführt werden, weil man formal vor dem Förderbescheid nicht anfangen darf. Man darf auch seine Entscheidung für den Standort vorher nicht kommunizieren. Insofern ist das natürlich eine normale Herangehensweise beim Thema Standortentscheidung. Aber in Salzgitter ist es so, dass wir einfach zu der Zeit kein großes Fördererpaket in Anspruch nehmen konnten. Und wir haben schon angefangen. Deswegen sind wir auch nicht in der Lage, uns für TCTF zu bewerben. Wie gesagt, man hat einen Maßnahmenbeginn bei Förderförderung. Das funktioniert nicht nach deutschem Fördergesetz. Das ist natürlich IRA ein bisschen anders gestrickt. Da bekommt man Geld pro produzierter Zelle. Insofern ist es dann erst mal egal, ob man da zu der Zeit schon angefangen hat oder nicht. Also wie gesagt, Salzgitter hält sich sehr stark in Grenzen. In Spanien haben wir einen dreistelligen Millionenbetrag, worauf wir stolz sind, dass wir das bekommen. Und IRA sprechen wir über Milliarden, die wir da an Förderung natürlich mit dem IRA über Laufzeit bekommen können. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Ja, also insofern, man kann sich da einfach ausrechnen, IRA pro produzierte Zelle sind 35 Dollar pro Kilowattstunde. Und wenn man da ausrechnet, man hat da eine Kapazität von bis zu 100 Gigawattstunden, dann kommt da ein bisschen was zusammen. Insofern sind das andere Größenordnungen, die man in Europa im Moment versucht zu matchen über diesen TCTF-Framework. Wo man aber, glaube ich, auch in die Größenordnungen, die man da in Nordamerika aktuell bekommen kann, oder die in Aussicht gestellt sind, so muss man es ja formulieren, da kommt man nicht dran. Ärgert dich das dann, oder hat dich das geärgert, als du dieses Hin und Her mit Northvolt gesehen hast? Als Außenstehender irgendwie, da habe ich mir dann vorgestellt, ihr habt euch in Anführungszeichen viel zu früh für Salzgitter committed. Und dann kommen die und machen diesen Eiertanz und es geht hin und her, wir gehen doch in die USA oder doch nicht. Wie schaust du da drauf? Ja, wir haben schon angefangen. Naja, zum einen, ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, die 900 Millionen, davon sind 200 Millionen erst mal zinsfreie Kredite. Also faktisch sind es 700 Millionen Euro Förderung. Ist natürlich immer noch viel Geld. Und auch zinsfreie Kredite sind aktuell nicht ganz so unnice. Das stimmt. Ich sehe dem, auf der einen Seite sage ich ja. Es wäre schön, wenn wir das bekommen haben. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zwei Jahre Vorsprung. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, und so wie wir die Marktreports dann auch einschätzen, sind wir bei der Investitionseffizienz, glaube ich, gar nicht so schlecht. Sodass, glaube ich, das, was da unser Mitbewerber an Förderung bekommt, ja, vielleicht am Ende auch notwendig ist. Und insofern glaube ich, dass ich da jetzt gar nicht so traurig darüber bin, dass wir das jetzt nicht bekommen haben. Ich bin, ehrlich gesagt, stolz darauf, dass wir die Entscheidung getroffen haben. Ich bin stolz darauf, dass wir in Salzgitter das machen, in der Nähe vom Headquarter, dass wir die Entscheidung getroffen haben. Das war für VW genau der richtige Moment. Und jetzt sind wir in der Lage, mit unseren Einarztszellen aus der Power Co. im ID.2 anzulaufen. Und ich glaube, hätten wir noch länger gewartet, hätten wir auch die Einführung der Einarztszelle verzögert. Und insofern war es für uns genau der richtige Moment. Natürlich ist es immer schöner, wenn man noch Förderung bekommt, aber für uns war es der richtige Moment. Und wir haben, glaube ich, auch genug Förderung in anderen Standorten, die wir in den letzten Monaten erarbeitet haben. Und wie gesagt, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass es neue Förderpakete gibt, wo wir uns dann auch bewerben können. Neben den drei Standorten, die ihr jetzt habt, was schätzt du, wie viel braucht ihr oder wie viel wollt ihr machen? Das hängt ein bisschen ab von der Marktentwicklung. Hängt auch davon ab, wie viel Kapazität wir am Ende brauchen. Der Chef sagt, ihr haltet weiter daran fest, alles auf Elektro. Das heißt, ihr braucht ein bisschen mehr als die 200, 240. Wir werden mehr brauchen, das stimmt. Wir schauen uns natürlich an, wie ist auch, wir haben bei Volkswagen eine langfristige Absatzplanung. Wir schauen uns an, wie entwickelt sich die Absatzplanung. Und dementsprechend schauen wir an, wann brauchen wir welchen Standort und wann brauchen wir mehr Kapazität. Wir haben jetzt, wie gesagt, mit Salzgitter und Spanien zusammen 100 Gigawattstunden. Das bedeutet, das sind auch hochgerechnet gut 1,4 Millionen Autos. Das ist erstmal, glaube ich, auch eine gute Zahl, wenn man sagt, wir versorgen 50 Prozent des Konzerns. Das bedeutet, wir sind da schon bei einem Absatz von knapp 3 Millionen Fahrzeugen im Jahr rein elektrisch. Insofern ist das, glaube ich, auch schon für die nächsten Jahre eine gute Absicherung. Und dann schauen wir uns an, wie ist der Hochlauf. Und wir sind natürlich auch schon in Überlegungen für den nächsten Standort. Aber ich glaube, das haben wir ja auch kommuniziert, auch zu der Entscheidung für Osteuropa. Wir schauen uns jetzt an, wie sich der Markt entwickelt und werden dann entsprechend auch unsere Lokalisierungen anpassen. Wenn man jetzt so hinguckt, es gibt ja noch ein zweites, sage ich mal, so ein Zentralisierungsprogramm im Volkswagen-Konzern beim Thema Software-Kariat. Ja. Du schnaufst schon, ist jetzt aus meiner Perspektive nach dem, was du erzählt hast, nicht ganz so erfolgreich wie jetzt bei euch. Wenn denn dann alles klappt mit den Einheitszellen. Glaubst du, dass das auch ein Kulturthema ist für einen Standort Deutschland oder für deutsche Hersteller, die einfach eine große, große Routine und Expertise bei Produktion haben und bei Software halt nicht? Ich glaube, das Thema, ich glaube, es ist wichtig, dass man in das Thema Software einsteigt. Deswegen, glaube ich, auch war die Entscheidung für Carried und ich glaube, das war auch eine Entscheidung von Oliver Blume, dann zu sagen, wir machen das weiter, ist genau das, was wir brauchen. Ich glaube, das Thema Software wird am Ende ein Differenzierungsmerkmal sein. Ich glaube auch, dass man halt sehr viel, und das ist halt so ein Marken-Konglomerat, wie wir es als Volkswagen sind, ist es nicht einfach, dann eine stringente Software durchzuhalten. Das ist bei einer Zelle ein bisschen einfacher, weil es eine mechanische Komponente ist, glaube ich. Wobei man natürlich auch jedes Jahr wieder gucken muss, sind wir noch alle auf der gleichen Linie, aber bei dem Thema Software, da sind die Anforderungen natürlich deutlich diverser, was von den Marken kommt. Insofern ist das eine größere Aufgabe. Ich glaube schon, dass wir die Kompetenz haben bei dem Thema Software. Ich glaube, dass die Carried jetzt auch unter Peter Bosch glaube ich auch nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ich glaube auch, dieser Fokus jetzt auf die Ausführungen und das Liefern ist genau das Richtige. Und man sieht ja auch jetzt mit diesem neuen Fokus kommen große Schritte voran. Wir haben jetzt die Autos, die ersten Autos von PPBE auch auf dem Markt. Insofern man sieht ja auch jetzt, dass dieser wirkliche Fokus auf Ausführungen da auch erfolgreich ist. Du sagst gerade, die Anforderungen sind divers. Wenn wir uns in die Batteriewelt blicken, dann sehen wir ja, wir haben immer wieder davon gesprochen, verschiedene Chemien. Ihr fangt, wenn ich es richtig weiß, am Anfang mit einer einfachen, klassischen NMC-Geschichte an. Das heißt, wir haben Grafit, wir haben nichts Verrücktes. Wie lange wird es so bleiben? Gut, es ist natürlich, ich glaube schon, dass wir mit der ersten Zelle, auch wenn wir mit Grafit anfangen und auch mit traditionellem NMC, dass wir schon eine relativ wettbewerbsfähige Zelle haben, auch was das Thema Energiedicht und auch Schnellladefähigkeit angeht. Was heißt das? Dann kannst du das vielleicht quantifizieren. Was heißt denn wettbewerbsfähige Schnellladefähigkeit beispielsweise? Also ich glaube, da würde ich mal sagen, da warten wir noch mal ein Jahr auf die Produkteigenschaften von dem ID.2, der dann rauskommt. Und ich glaube, dann kann man das vielleicht so ein Stück weit einordnen. Versuch, was wert. Also da werden wir dann auch, glaube ich, auch mit dem Wettbewerb, der jetzt auch aus Asien kommt, gut mithalten können. Wir schauen uns natürlich unterschiedliche Mienen an, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Das eine ist natürlich kostenoptimiert, weil man natürlich für den ID.1, der unter dem ID.2 noch angesiedelt sein soll, noch mal ein Stück weit runter muss an den Thema Kosten. Wir schauen uns aber auch Chemien an, die die Schnellladefähigkeit erreichen. Wir schauen uns auch Chemien an, die höhere Energiedichten abgeben. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten von Fahrzeugen. Und wir müssen natürlich auch schauen, wie entwickelt sich das Ladenetz, eine Ladeinfrastruktur. Auch in Asien gibt es unterschiedliche Trends. Wir haben den Trend auch zu Fahrzeugen mit 1000 Kilometer Reichweite in China, nach chinesischem Zyklus. Wir haben aber auch da Trends, was das Thema Schnellladefähigkeit angeht, wenn die Schnellladeinfrastruktur das hergibt. Und insofern sind wir in der Entwicklung von nicht nur einer Chemie, sondern wir schauen uns entsprechend die Chemien an, um diese drei Hauptbereiche abdecken zu können. Und am Ende ist es natürlich eine Mischung aus allem. Wir werden nicht die beste Schnellladezelle mit der schlechtesten Energiedichte verbinden können, sondern man braucht am Ende eine Mischung aus allem, wo man eine akzeptable Reichweite auch auf der Autobahn hat, wo man aber auch relativ schnell dann nachladen kann. Ich frage deshalb, weil du vorhin auch sagtest, dass ihr euch ums Kathodenmaterial, um die Kathodenproduktion selbst kümmert. Das heißt, ihr kauft die nicht zu, sondern ihr wollt die in Salzgitter selber. Nein, wir kaufen, ja, nicht ganz. Das Kathodenaktivmaterial machen wir ja mit dem Partner Yumicor. Und in der Joint Venture Iron Way, das Joint Venture sitzt nicht in Salzgitter. Das Joint Venture hat einen anderen Standort. Das ist auch eine eigene Rechtseinheit. Wie gesagt, das ist ein Joint Venture. Und wir investieren da natürlich zusammen und auch lokalisieren in Europa, aber es ist kein Teil der Power Co. in Salzgitter. Okay, verstehe. Aber wenn wir dann weitergucken auf die Chemien, wie stehst du beispielsweise zu LFP? Hat das eine Zukunft im VW-Umfeld oder ist das eher nicht so? Oder lasst ihr das einfach dann aus? LFP schauen wir uns an. Und LFP ist für die nächsten Jahre eine der wichtigen Chemien. Insofern ist das auf jeden Fall ein Thema, was wir nicht übersehen können, was wir uns auch anschauen müssen. LFP hat, glaube ich, zwei Herausforderungen für die nächsten Jahre. Eine ist technisch. LFP kommt irgendwann in Grenzen des technisch Machbaren bei dem Thema Kalt-Performance, also Cold-Performance. Auch kommt man in die Grenzen des Machbaren, was das Thema Schnellladefähigkeit angeht. LFP hat aber auch einen zweiten Nachteil. Und vergisst man vor allem vor dem Hintergrund der Lokalisierung, es gibt faktisch keine Supply Chain in Europa dafür. Für LFP. Aber für NMC gibt es die? Für NMC haben wir beispielsweise den Umicor. Wir haben den BASF, der in Europa sitzt. Wir haben auch andere. Aber für LFP gibt es weder in Nordamerika noch in Europa bisher eine bestehende Infrastruktur. Insofern ist das tatsächlich so, dass man das Aktivmaterial aktuell noch viel aus Asien importieren und China vor allen Dingen importieren muss, sodass man sich natürlich beides anschauen muss. Man muss anschauen, macht es Sinn, das zu lokalisieren? Wie macht das Sinn? Und wie ermögliche ich eine Lokalisierung? Und auf der anderen Seite, was mache ich mit den technischen Nachteilen? Es ist, glaube ich, auch im Markt, in der Batterieindustrie spricht man noch häufig darüber, dass in der Dekade dann der Nachfolge sozusagen von LFP irgendwann ansteht. Aber natürlich werden wir, und das machen wir auch in der PowerCo, schauen wir uns das ganz, ganz eng an. Und natürlich ist es auch so, dass wir LFP-Zellen auch in der Zellchemie in der Entwicklung haben, um das anzuschauen und auch kostentechnisch bewerten zu können. Und das wird eine sehr wichtige Chemie bleiben bis 2030. Wie sieht es mit dem Thema Natrium aus? Ich meine, das ist ja... Wo du den ID.1 angesprochen hast. Natrium ist auch ein Thema, wo... Natürlich ist es so, es gibt noch ein paar Herausforderungen bei Natrium, was das Thema Industrialisierung, Skalierung und natürlich auch Supply Chain angeht, auf die man eingehen muss. Technisch ist es natürlich so, dass man bei der Energiedichte noch nicht ganz da ist, wo man jetzt bei LFP oder auch bei NMC vergleichbaren Chemien ist. Ist aber definitiv ein Entwicklungsthema. Und das ist auch definitiv was, was wir auf der World Map auch mit stehen haben. Gibt auch noch so ein paar andere Chemien, die jetzt noch nicht überall stehen, die wir vielleicht auch in den nächsten Jahren sehen, die hochkommen werden. Aber da werden wir dann sicherlich nächstes Jahr drüber reden. Bei Natrium ist es vielleicht schon ganz spannend, dass das jetzt momentan mit der Energiedichte tatsächlich auf Zellebene nicht so dolle aussieht. Aber dadurch, dass das Wärmepotenzial nicht ganz so groß ist, hat es vielleicht auch das Potenzial, so wie bei LFP, dass es über das Housing und über das Packaging dann doch nochmal einen großen Sprung macht, den man ja am Anfang dem LFP auch nicht zugetraut hat. Ist das ähnlich? Ja, also warum ist man... Also ja, das schaut man sich auch an. Ich glaube, es gibt Potenzial auch, was dem natürlich, was das Thema Schnellladefähigkeit angeht, da gibt es natürlich auch nur so zwei, drei Chemien, die ganz spannend sind im Moment, als Ableitung von der Natrium-Iom-Dotterie. Warum ist man überhaupt in das Thema Natrium reingegangen? Das war damals, weil die Lithium-Preise einfach durch die Decke gegangen sind. Man sieht auch, wenn man sich die Veröffentlichungen anschaut in den letzten Monaten, dass der reduzierte Lithium-Preis so ein bisschen die Entwicklung von Natrium-Iom-Dotterien ein bisschen reduziert hat oder verlangsamt hat. Nichtsdestotrotz darf man die Chemie nicht vergessen, weil spätestens, wenn die E-Mobilität wieder anzieht auf das Niveau, was man eigentlich auch letztes Jahr noch erwartet hat und auch vorletztes Jahr gesehen hat, dann werden die Lithium-Preise auch entsprechend wieder nach oben gehen. Ja, wir sind gerade so in so einer Talsohle aus meiner Sicht und dann wird auch das Interesse an den Natrium-Iom-Batterien wieder höher werden. Aber ich dachte nämlich in der Vorbereitung, dass gerade die Natrium-Batterien mit eurer Einheitszelle da dann eigentlich das Killer-Kriterium ist mit, das würden wir jetzt gerne tun, aber weil unsere Zelle eben nur so groß sein kann, können wir da nicht mehr Aktivmaterial reinstopfen. Ist das nicht eigentlich genau so ein Ding, was Gerd vorhin gemeint hat, dass ihr da dann leider nicht mitgehen könnt? Ja, das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, die Frage ist auch immer, was ist am Ende der Kostenunterschied, wenn man die Zelle jetzt ein bisschen dicker macht oder nicht? Und natürlich ist es so, dass wir im Rahmen der Einheitszelle natürlich mit der Dicke relativ einfach spielen können, auch in unserer Fabrik. Am Ende ist es ja die Stackhöhe. Und in bestimmten Bereichen sind wir natürlich flexibel, auch die Stackhöhe anzupassen. Insofern, das ist ein Thema, was wir abfedern können, relativ einfach. Das, was bei so einer Zellfabrik immer wehtut, ist, wenn man die Länge der Zelle ändert. Und das ist ein Thema, das haben wir gefreezt und da werden wir auch nicht dran rücken. Okay. Spannend. Ein anderes Thema, auf dem immer wieder rumgeritten wird, ich glaube jetzt auch kürzlich wieder, ist das Thema Feststoffbatterie. Toyota hat gesagt, wir machen das, wo sind wir da dran, wir kriegen das hin. Du winkst schon ab, also so ein bisschen. Ich fand es spannend, weil kurz darauf habe ich, ich glaube es war in der New York Times, das Interview mit Robin Zhang, also dem CATL-Chef, den man jetzt unterstellen würde, der versteht ein bisschen was von Batterien, der, ich glaube sinngemäß, korrigiert mich bitte, sieht es mir nach, wenn es falsch ist, sagte, ich habe da jetzt zehn Jahre lang oder mehrere zehn Jahre dran geforscht und gemacht, jeden Monat mir das angeguckt und jedes Mal war irgendein anderes Problem, warum das Teil nicht ging. Er lässt es jetzt einfach sein. Also sinngemäß, wahrscheinlich war das nicht ganz so hart, aber er hat keinen Bock mehr. Und verstehst du das, dass jemand sagt, er hat keinen Bock mehr auf die Feststoffgeschichte? Ja, der Grund, warum ich so ein bisschen gelächelt habe, ist, weil wir dieses Thema von Toyota, seitdem ich in der Batterie unterwegs bin, gibt es immer wieder das Announcement. Insofern, dass man in der Festkörperbatterie arbeitet, ist irgendwie schon, seitdem ich unterwegs bin, ein Thema. Auch als ich noch zur Zeit mal Bosch war, hat man ja in SEO investiert. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept. Also es ist eine Chemie, oder es ist eine Art von Zellen, die hat ein Game-Changer-Potenzial. Das haben viele versucht, das umzusetzen. Wir sind ja in QuantumScape auch investiert als Volkswagen-Gruppe. Wir haben da, und das kam ja auch Anfang des Jahres, ganz gute Ergebnisse gesehen bisher. Das bedeutet, wir sind nicht so negativ, wir sind ganz im Gegenteil eher positiv, was das angeht, auch was das Thema Skalierung angeht. Die Herausforderungen von den Festkörperbatterien sind meistens, und das war auch bei den anderen Firmen, die ich mir so ein bisschen angeschaut habe, meistens gar nicht die Technik. Das haben wir ja auch bei QuantumScape jetzt nachgewiesen, sondern es ist tatsächlich die Industrialisierung und die Skalierung, dass man den Vorteil, den man am Ende in der Energiedichte oder in der Schnellladefähigkeit, in der Sicherheit hat, dass man das auch in Euro pro Kilowattstunde nicht drauf bezahlt. Das sind Themen, an denen man arbeiten muss, aber das ist sicherlich ein lösbares Thema. Ist ja dann deins eigentlich. Genau, ist auch mein Thema wieder. Insofern arbeite ich dann auch, tatsächlich arbeiten wir auch an dem Thema schon, wie man das skalieren kann. Wie gesagt, ein Thema, wo wir uns vielleicht dann noch nächstes Jahr nochmal zusammensetzen sollten. Ich glaube, dass das, also das ist ein wichtiges Thema und ich habe auch Robin gesehen, als er das Zitat gegeben hat. Interessanterweise war dann, glaube ich, so zwei, drei Monate später die Nachricht von der chinesischen Regierung, dass sie jetzt ein Konsortium finanzieren mit circa 20.000 Ingenieuren gemeinschaftlich, die jetzt an der Festkörperbatterie bauen, weil man eben auch gesehen hat oder weil man, glaube ich, auch in Asien Angst oder sagen wir mal Respekt hat, wenn wirklich eine Firma dieses Thema All-Sotted-Scale-Estate in der Skalierung, wettbewerbsfähig hinbekommt und diese Game-Changer-Technologie schneller skaliert als die ganzen Zellfabriken, die schon stehen, dann ist das natürlich ein Thema, wo man sehr schnell abgehängt werden kann. Ich glaube, deswegen ist das auch Teil des neuen Zehn-Jahres-Plans geworden und unsere Aufgabe ist es jetzt, das so schnell wie möglich zu skalieren, um der erste Markt zu sein, der das wirklich ein großer Spezial hat und deswegen, glaube ich, sind wir da ganz positiv mit unserem Partner QuantumScape, dass wir da auch in die erste Industrialisierung kommen können. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust gerade, was glaubst du, wenn es dann käme und in einer idealen Welt, wann sehen wir diese vielbeschworene Feststoffzelle? Also ich denke, die erste Anwendung sollten wir noch in dieser Dekade sehen. Also so richtig oder so im Aviation-Bereich für Superreiche, die, keine Ahnung, sonst Raketenfirmen bauen. Also echte Anwendungen oder so? Echte High-Performance-Anwendungen. Echte High-Performance-Anwendungen. Also eher der Veyron-Kunde und nicht der SpaceX-Besitzer. Oder vielleicht noch eine Stufe drunter. Ich würde mal sagen, High-Performance-Anwendungen auch bei uns im Konzern. Wir bauen ja keine Raumschiffe und ich glaube, es gibt ja so ein paar High-Performance-Anwendungen jetzt vielleicht auch außerhalb von dem Veyron, die wir im Konzern haben. Ich denke schon, dass es da ein Potenzial gibt, dass wir bis Ende der Dekade dann einen ersten Einsatz sehen können. Oh, das ist toll. Ein schöner Abschluss. Bevor es ganz zu Ende geht, oder hattest du noch was? Ich bin, wir haben glaube ich auch schon maximal überzogen dafür. Das glaube ich auch, ja. Aber ganz kurz vor dem Ende gibt es bei uns immer noch A-B-Fragen und die stellt traditionellerweise der Luca. Deswegen übergebe ich. Genau. Unsere Hörer kennen es und Zuschauer, du kennst es wahrscheinlich auch. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming-Dienst. Ferrari oder Tesla? Ich mag es so sehr, diese Frage VW-Mitarbeiter zu stellen. Ferrari oder Tesla? C. Genau. A oder B? Ah, dann als Elektromobilist muss ich dann den Tesla nehmen. Okay. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Ja, Loft in der Stadt. Auto oder Fahrrad? Auto. Okay. Im Auto, vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Bist du ein guter Beifahrer? Schwierig, glaube ich. Schwierig zu sagen oder ein schwieriger Beifahrer? Ich glaube, eher ein schwieriger Beifahrer. Bist du ein guter Fahrer? Ich glaube, das würde ich andere bewerten lassen. Was würde deine Frau sagen? Ich hoffe, ja. Wenn sie sagt, Zitat, ich hoffe, ja, ist, okay, lass mir das. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Accept All. Frage nach dem Wunsch, Adrenalin, Pegel, Motorrad fahren oder Fliegen fischen irgendwann im Teich? Motorrad fahren. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Das kam sehr überzeugt. Kaffee oder Tee? Tee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche? Lerche. Okay, jetzt kommt gar nicht schlafen, aber Lerche ist gut, alles gut. Alles dann. Sebastian, vielen, vielen, vielen Dank für diesen Ritt durch VW, Power Co., die Welt der Batterien, Zellen, Chemien, Chemien, alles dabei, alles drumherum. Super, super spannend, vielen, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ihr wisst ja, einen Podcast gibt es bei Spotify, iTunes, YouTube und Co., deswegen abonniert gerne überall. Wenn ihr noch eine Frage habt an Sebastian, schreibt uns gerne an podcast.move-magazin.de, nutzt die diversen Kommentarfunktionen auf sämtlichen Plattformen. Wir versuchen das weitgehend einzusammeln und dann zurückzuschicken. Per E-Mail ist meistens am einfachsten podcast.move-magazin.de Und dann bleibt mir nochmal zu sagen, vielen Dank, Gerd. Vielen Dank, Sebastian. Und an euch natürlich auch. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir und ciao. Wiedersehen. Tschüss.